Schönen guten Abend, da ist mir der Countdown einmal durchgelaufen. Finde ich schon mal die 10 Minuten Countdown wieder und dann passiert sowas. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei meinem Twitch-Kanal. Mein Name ist André Vogt, das wisst ihr. Ich spreche über Basketball hier in meinem Podcast-Guard Next. Ich schreibe drüber in meinem, oder nicht in meinem, aber in dem Magazin, wo ich Chefredakteur bin, da ums Five. Ich kommentiere Basketballspiele beim Streaming-Anbieter, von daher, ja, daher kennt ihr mich sicherlich, das seid ihr hier. Und jeden Dienstag an dieser Stelle, ja, je nachdem wie viele Fragen ihr habt, meistens um die zwei Stunden, wann wollt ihr eure Fragen? Und so auch heute. Und es sind schon eine Menge Leute im Chat, haben auch schon viele Hallo gesagt, ich habe auch mitgelesen eben schon. Von daher, ja, schönen guten Abend nochmal an dieser Stelle. Heute erstmal eine große Bombe geplatzt, das habt ihr vielleicht gelesen, Moritz Wagner hat ein neues Team bekommen, die Land & Magic haben ihr den Vertrag genommen, darüber werden wir sicherlich heute auch sprechen. Danke Silent für das Abo, das ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr denkt, oh, jetzt war ich schon ein paar Mal hier und eigentlich ist das gar nicht so blöd, was der erzählt, dann lasst doch gerne mal ein Follow hier, dann wächst die ganze Geschichte auf. Momentan glaube ich bei, ich finde ich lügen, 3854 Leuten, die hier followen und so knapp 200, die abonnieren und wenn ihr sagt, ihr denkt, ach ne, ich habe auch schon gefollowed und eigentlich ist das echt ganz geil, ich habe noch so ein Prime-Abo oder ein normales irgendwie rumliegen, könntet ihr euch auch gerne hier lassen, very much appreciated. Wenn ihr denkt, so on demand will ich auch mal sehen, könnt ihr alles bei YouTube oder auch hier, wisst ihr Bescheid. Ansonsten, ja, fast 3900 mittlerweile sogar schreibt hier der Markus, perfekt. Ansonsten, ja, vielleicht heute ein bisschen Rücksicht nehmen, waren scheiß zwei, drei Tage zuletzt, aber ich power heute durch, ist ja auch am Ende der Saison, da ist keiner fit, von daher müssen wir da ran. Von wo fangen wir denn jetzt mal an? Da! Oh, jetzt muss ich gucken, dass das ein bisschen weiter oben reinfliegt oder hier drüben. Also, was ist bei Portland los? Letzten 9 aus 11 wurden verloren. Ja, da biete ich doch direkt mal der Schritt an zu unserem wunderbaren Screen hier. Das ist jetzt für Orlando, da kommen wir nachher vielleicht noch zu, aber wir können natürlich mal schauen, wie sieht es eigentlich in Portland aus Sene 32 und 28. Ne, das ist weit, so gut. Gut, und hier oben diese Zeichen, diese Farbbalken, wer es noch nicht weiß, da kann man immer sehen, ihr seht das Pop-Up-Fenster, das sind die Spiele. Da kann man auf einen Blick immer ganz gut gucken, okay, was war das eigentlich los zuletzt und dann sehen wir hier, ja, sie haben seit dem 2. April nicht so eine richtig gute Phase, seht ihr hier, die Grünen sind die Siege, man hat ja also gegen Oklahoma City gewonnen, gut, wer macht das nicht zur Zeit? Man hat gegen Miami, gegen Detroit gewonnen, wer macht das nicht zur Zeit? Und man hat gegen San Antonio gewonnen, ja, eine knappe Nummer, das seht ihr hier immer von der Länge oder Kürze der Balken. Sprich, wir haben gerade gesagt, sie stehen bei 32 und 28, also ein bisschen mehr als die Hälfte ihrer Spiele haben sie gewonnen. Und wenn wir jetzt jetzt quasi bis hier betrachten, bis Ende März, dann ist das ja auch, kommt ja auch hin, hier mal eine längere Niederlagenserie, dann noch ein paar Spiele in Folge gewonnen. Und jetzt hier diese Phase, was sehen wir da? Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hier eine Niederlage in Milwaukee ist vollkommen okay, da muss man nichts gegen machen. Sie haben sie geschlagen, ist gut. Man kann gegen Clippers verlieren, auf jeden Fall. Man kann auch gegen Utah verlieren. Also man hat quasi drei Reisen bekommen hier von drei Top-Teams. Nichts Schlimmes. Dann sagt der Sieg gegen, was war das? Detroit, ne? Ja. Dann Niederlage gegen Miami. Boah, okay, Miami ist ein bisschen Up und Down. Da muss man nicht unbedingt verlieren. Und jetzt kommen natürlich diese ganzen Geschichten hier. Und von da bis da ist es ungefähr okay. Also zwei Siege, vier Niederlagen. Wenn du 50 Prozent deiner Spiele gewinnst, dann ist das mal drin so. Und jetzt halt hier diese, was sind es, sechs Niederlagen in sieben Spielen. Also knapp gegen Boston, einen Punkt verloren. Dann knapp gewonnen gegen St. Antonio Spurs. Dann mit acht verloren gegen Charlotte. Sicherlich unnötig. Und Charlotte macht es momentan eigentlich gut. Mit einem gegen die Clippers verloren. Mit einem gegen Denver verloren. Mit zwei gegen Memphis verloren. Und jetzt zuletzt mit sieben gegen Memphis. Und ich glaube, ihr kennt die Antwort schon, wenn ich jetzt geben will. Es ist nichts los mit den Portland Trailblazers. Es ist einfach richtiges Pech. Denn eigentlich diese Klatschsituationen sind ja wie gemacht für Damien Lillard. Und es war jetzt auch nicht der Fall, dass man jetzt sagt hätte, die hätten ja jetzt komplett out of character hier gespielt. Und ich kann ja nur 95, 96 verloren oder 130 zu 100, 31. Und dann, das sind ganz normale Ergebnisse hier. Sie haben halt nur echt knappe Dinge. Ich meine, zwei Punkte, eins, also vier Punkte, haben sie drei Spiele verloren. Und wenn du davon ausgehst, dass, wenn man das irgendwie hundertmal durchwürfelt, dann gewinnen sie wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von den Würfelgeschichten, gewinnen sie halt dann auch alle drei oder was weiß ich oder zumindest zwei davon. und dann bist du genau da, wo sie eigentlich normalerweise sind, so von der Bilanz her. Deshalb würde ich da jetzt nicht so viel reinlesen wollen. Einfach Pech gehabt jetzt mit den Geschichten. Ich sage, wenn sie zwei von den drei Spielen gewinnen, dann reden wir nicht darüber, dass das jetzt ein riesiges Problem war. Danke, for the win. Und es waren einfach auch superschwere Spiele, wenn dann halt Milwaukee kommt, wenn Utah kommt. Die Spiele kannst du halt mal verlieren. Von daher, ich sehe da jetzt keine große Problematik. Die Blazers sind die Blazers. Gut im Angriff, schlecht in der Verteidigung. Und das wird in den Playoffs Letzteres wirklich zum Problem werden. Da kommen wir schon zum Mohs Wagner. Ist Orlando das perfecte Team für Mo Wagner, um sich für die nächste Saison zu empfehlen? Das müssen wir abwarten. Ich hatte im Podcast darüber gesprochen. Jetzt kann ich schon nebenbei mal wieder Orlando aufrufen. Und es gibt mir die Chance, mal eine neue Seite zu euch zu zeigen. Und zwar, was so Depth-Charts angeht. Ich nutze da oft ESPN, aber es gibt auch hier Roto-World. Wenn ihr auch viel Fantasy-Basball spielt, kennt ihr das vielleicht auch schon. Also jetzt hier das Depth-Chart der der Orlando Magic. Und das ist ein bisschen, finde ich, aufgeräumter als bei ESPN vielleicht. Wir sehen immer den Starter oben weg und dann dahinter dann, wie sie dann eingewechselt werden. Normalerweise, wenn Rot da steht, sieht man verletzt. Diese weißen Blätter Papier hier, die zeigen, dass es da nämlich News gibt. Und wir sehen, Moritz ist hier schon eingepflegt, hinter Wendell Carter Jr., aber vor Mo Bamba. Was relativ spannend ist, auf Center eingepflegt. Das kann man wahrscheinlich erstmal relativ vernachlässigen. natürlich ist das ein Spot, den ich auch schon ausgemacht hatte in dem Podcast als möglicher, ein mögliches Ziel von ihm. Aber jetzt nicht unbedingt, weil es perfekt wäre, sondern weil das die Magic halt eine Art Franchise sind, die genaue Situationen sind, um jemanden wie Moritz jetzt so kurz vor knapp, also kurz vor Toresschluss, sage ich mal, diese Saison nochmal an Bord zu holen. Junge Mannschaft, es geht eigentlich um nichts. Man hat die Gelegenheit, weil man Platz im Kader hat, die Leute reinzuholen und sich die anzuschauen bis zum Sommer. Entweder in Partien oder generell, wie die auf einen wirken. Nicht unbedingt im Teamtraining. Teamtraining gibt es momentan nicht wirklich, aber wenn man sagt, okay Moritz, wir möchten, dass du mal an den und den Sachen arbeitest, zumindest du die und die Drills mal läufst, so vor den Spielen. Du kommst mit dem ersten Bus reingefahren hier in die Halle und dann gehen wir eine Stunde durch deine Drills. Wenn man Basketball gespielt hat, der weiß, wenn du eine Stunde oder eine halbe Stunde alleine arbeitest, den Drills, danach weißt du, was du gemacht hast. Und ich denke, das wollen sie machen. Sie wollen ihn sich holen, sie wollen schauen. Das ist quasi wie so ein Draft-Workout nochmal. Na klar, er ist jetzt schon ein paar Jahre in der Liga, aber wenn du den Spieler in die eigenen Hände bekommst, siehst, wie der umgeht mit Anweisungen, die du gibst, mit den Drills, wie er durchbeißt auch mal. Das ist schon eine Menge wert. Kriegt er jetzt die Spielzeit, dann kriegt er die Chance, sich dann in den Partien zu zeigen und dann auch wirklich zu zeigen, hey, ich treffe meinen Dreier, ich kriege das hier hin mit Enthusiasmus und Defense etc. Müssen wir mal abwarten. Ihr seht, Wendell Carter Jr., den haben sie ja auch geholt, auch aus Chicago, interessanterweise, wo Moritz ja zumindest irgendwie auf dem Papier mal kurz war. Das ist auch so ein junger Spieler, sich anschauen wollen, der allerdings schon in Anführungszeichen etabliert hat. Der wird sicherlich weiterhin da starten auf der 5. Und die Frage, was ist mit Moritz? Ist es ein Fall, wo man sagt, man setzt ihn auf die 4 neben Bamba, ist das dann defensiv gut? Bamba ist ja schon eher ein Shotblocker, ein längerer Typ, aber ist er dann auch beweglich genug, dann vielleicht Sachen, die Moritz vielleicht dann falsch macht, auszubügeln? Und dann macht man sich da gar keine Sorgen drüber, erhofft man, dass Moritz als Bigman dann einfach das Feld weit machen kann, was vielleicht die anderen Kollegen hier, also Isaac ist ja eh ganz raus, Porter ist erstmal mit einem Fuß raus, mal gucken, wenn er wiederkommt. Okay, okay, ja okay, aber Dante Hall, Robert Franks, können die das leisten? Oder sagt man, Moritz spielt bei uns die 5? Vielleicht auch neben Wendell Carter Jr., der auch nicht so ein richtig langer Spieler ist. Und wir versuchen, da sehr mobil zu sein. Das müssen wir mal abwarten. Es geht natürlich nichts in Orlando, geht es gar nichts. Er ist de facto ein Stretch-Bigman, der Bamba auch mal sein will, aber noch lange nicht da ist. Und ich sehe die Chancen, dass er da jetzt sich zumindest empfehlen kann, echt relativ gut. Nicht unbedingt ums Spiel, das kann auch passieren, dass er ein Spiel hat, wo er 15 auflegt, wo er 20 auflegt, aber einfach hingehen, zeigen, arbeiten. Ich will, ich kann, das ist erstmal das Wichtigste für ihn. Und es ist schön, dass es geklappt hat. Hoffen wir, dass es auch jetzt eine Sache ist, wo er das Team wirklich Interesse hat an ihm und nicht irgendwie so, wo sein Agent mit dem Team so ein Deal gemacht hat, holt ihn nochmal rein, werft ihn ab und zu mal kurz rein, boah, ich gehe zum Nix mehr, habt ihr bei mir einen gut. Das wäre natürlich auch möglich. Dann müssen wir mal abwarten, genau was da halt dann passiert. Noch eine Moe-Frage. Ist das die letzte oder erste Chance für Moe? Letzte würde ich nicht sagen, wenn ihr den Podcast von Julius und mir gehört habt in Rapid Direction am Mittwoch war das, glaube ich, Donnerstag. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass natürlich beim Moris auf Angriff ein Dreier trifft. Wenn er als Stretch-Vierer, Fünfer, vor allem in der NBA funktionieren willst, dann musst du auch natürlich deinen Dreier treffen. Und wenn er das jetzt zeigen kann, perfekt. Allerdings sind es auch nur noch ein paar Spiele. Das kommt eher darauf an, glaube ich, dass er da jetzt, wie gesagt, wenn er da bleiben soll, da überzeugt und dann schauen. Aber ist die Chance jetzt besser oder schlechter als vorher? Ich meine, bei den Lakers war es so, die wollten gewinnen, die wollten in die Playoffs. Da war es als Rookie für ihn, auch für Isaac Bong und Isaac Bong natürlich nicht leicht. In Washington war es ja so ein Zwitter-Ding. Einerseits junge Mannschaft, Neuaufbau, andererseits Biel und Westbrook. Das hat auch vorne und hinten nicht gepasst. Im ganzen Kader passt es da vorne und hinten nicht, auf wenn es momentan nicht gut läuft. Und jetzt bei den Celtics, ja, sie hatten Luke Cornett da auch der bringt mehr von dem, was die halt brauchen und dann, ja, mal gucken. Aber Orlando ist jetzt nicht die letzte Chance, war auch nicht die erste echte, wenn ich ehrlich bin. Dafür ist die Saison auch zu weit fortgeschritten. Netz oder Philly an der 1 im Osten am Ende der Saison ist ja doch recht wichtig für den Strength of Schedule in der Postseason. Ist es denn so wichtig? Ich gucke gleich mal nach. Gehen wir auch hier mal direkt mal auf den Screen. So, wenn wir hier schauen, Eastern Conference, haben wir Brooklyn, Philly, Milwaukee. Ich habe es am Wochenende auch on Air gesagt, ich denke, das ist noch lange nicht gegessen, wer da jetzt im Endeffekt an erster Stelle reingeht. Das wird noch richtig, richtig heiß werden. Allerdings, wenn man sich anschaut, das kann man ja hier so schön sehen, den Strength of Schedule, also Remaining, also die letzten Spiele der regulären Saison, dann sieht man, oben ist der, der schwerste Spielplan, weil hier geht es ja nur ums Tanken, also Tankathon ist eine Seite, wo man gucken kann, wie wahrscheinlich ist das meine Truppe eigentlich tankt, so oder wie gut stehen die Chancen, zum Beispiel bei den Spurs, wenn die tanken wollen, würden, hätten sie wie bei ein gutes Restprogramm, weil die Teams, die jetzt kommen, echt stark sind. Hier unten wird es aber locker und die Memphis Grizzlies haben das lockerste Restprogramm und wir sehen hier schon, die Sixers das zweitlockerste, die Bucks auch vorne mit dabei oder hinten in dem Fall und Brooklyn ist irgendwo in der Mitte. Heißt jetzt, dass Philly auf jeden Fall erst wird natürlich nicht, aber auf jeden Fall gibt es da Chancen. wenn wir jetzt schauen, Strength of Schedule auf der Eins, also wenn wir davon ausgehen, sagen wir mal Eins bis Acht kommen jetzt rein, wir gucken jetzt mal gar nicht aufs Play-In-Tournament, dann würdest du sagen Eins gegen Acht, Charlotte, spielen gerade überragend, finde ich, für den Verlass, was sie haben, man sieht, Borrego ist wirklich einer, ein Kandidat für Coach of the Year, alle Verletzungen, die die wegstecken, aber ich denke, egal ob du Brooklyn, Philly oder Milwaukee bist, also vor Charlotte hast du keine Angst. An zwei wird es schon interessanter, Miami bei allen Problemen, die die derzeit haben, irgendwie haben wir natürlich auch da Recency-Bias und denken, naja, letztes Mal, als wir die Playoffs gesehen haben, haben die halt alles weggefiedelt im Osten und waren im Finale. Von daher möchtest du denen wahrscheinlich eher aus dem Weg gehen. Platz zwei wäre da natürlich dann so ein bisschen Nachteil. Ich passe drei gegen Boston, ich denke, vor Boston hat eigentlich keine Angst, sicher, du hast Jason Tatum, der kann ein paar Spiele gewinnen, Jalen Brown, Campbell Walker, wenn die fit sind, aber da jetzt die Truppe so wenig Qualität hat, ab Position acht, sieben, acht, glaube ich, dass es auch easy ist. Von daher eigentlich, du willst nur Miami, glaube ich, irgendwie aus dem Weg gehen und event, naja, Washington nicht, also Miami würde es aus dem Weg gehen, eventuell, ansonsten ist es eigentlich relativ egal, wen du hier unten spielst und dann in der zweiten Runde, wenn man denkt, es kommt so wie, wenn es keine Upsets gibt, dann hast du eins gegen vier und zwei gegen drei und da ist ein bisschen die Frage, natürlich möchte ich vielleicht nicht unbedingt gegen Philly, Milwaukee oder Brooklyn in der zweiten Runde spielen, die Knicks werden aber sicherlich auch kein Fallob sein in der Runde, also es ist natürlich dann schwerer, wenn du zwei gegen drei gehen musst, aber im Zweifel musst du die Jungs ja eh da oben schlagen, also ich denke, es ist ein bisschen leichter, aber es ist nicht so, dass man jetzt denkt, okay, wir haben Platz eins unterwegs, es ist dann eins, acht und dann eins, vier, fünf, dass man dann sagen könnte, das ist ein super easy Weg, das glaube ich, das tut wirklich dann auch den Knicks ein bisschen unrecht, aber ich glaube schon, dass alle, dass die drei Teams natürlich Vollgas geben werden, um Platz eins zu bekommen. Heimvorteile in den Playoffs, also in den Finals, das ist auch noch möglich, ich seh da hier, Donovan Mitchell fehlt, jetzt haben sie zwei Spiele gegen Minnesota verloren, jetzt ist sowieso doch ein bisschen, ein bisschen mehr Feuer wieder in der Diskussion drin, aber das müssen wir mal abwarten, aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass der Weg unglaublich viel schwerer ist, wenn du Zweiter oder Dritter wirst in der Eastern Conference. Was war das Resümee von Isaiah Thomas bei den Pelicans? Ich glaube, das, was ich auch angekündigt hatte, man hat ihn sich reingeholt, obwohl man eigentlich jetzt so nicht wirklich einen Guard brauchte, er ist hingekommen, hat gezeigt, ey, ich weiß, wo der Korb hängt, ich weiß, wie ich den Ball reinwerfe, wer mich jemand braucht, ich bin da. Hat ihn bisher jemand gebraucht? Nee, nicht so wirklich, weil eben, ich meine sagen, wie es ist, Isaiah Thomas ist eben auch nicht gewachsen auf einmal, sondern das ist halt weiterhin ein Leichtbaugard mit großen defensiven Problemen. Und da muss man halt sich einfach die Frage stellen, macht das Sinn, sich den dir zu holen, wenn du in den Playoffs das erreichen willst? Wahrscheinlich nicht, weil das einfach eine klare defensive Sollbruchstelle ist und zum anderen ist halt die Frage, willst du ihn dir holen, wenn du ein Team bist, das in Lottery geht? Wenn du eher vielleicht einen Youngster reinwerfen könntest, der sich entwickelt. Von daher glaube ich, ist es vielmehr auch schwer, habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, hier ein Team zu finden. Aber dass er das gut gemacht hat, ja, klar. Okay, ich glaube, ich glaube, das man erwarten konnte, aber das ist nichts, was irgendwas verändert hätte. Kann Joe Harris zum X-Faktor werden? Ich ehrlich gesagt glaube nicht, dass Joe Harris sich qualifiziert für X-Faktor. X-Faktor damit verbinde ich. Also ich mag das Wort eh nicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer glaube, ja, ja, also, was ist denn, beispielsweise in dem Fall jetzt hier, die Frage ist ja, ist Joe Harris, wenn er seine Rolle spielt, wichtig für die Mannschaft? Naja, klar, also ich meine, das ist Joe Harris, also der hat seine Rolle, es ist einer der besten Dreierschützen momentan in der Liga, wahrscheinlich, wenn Klay Thompson nicht da ist, der beste Catch-and-Shoot-Typ, den wir haben in der Liga. Natürlich ist das ein wichtiger Faktor. So, ist er ein X-Faktor im Sinne von, der würde total überperformen, was man von ihm so erwartet? Also denke ich, nee, also man erwartet ja von ihm, dass der, seine Dreier trifft, er Platz macht für andere. So, also wo kommt jetzt dieses X rein? Das sehe ich irgendwie nicht. Ist er jemand, der dann jetzt frei steht, was man vorher vielleicht nicht gedacht hätte und er dann die Würfe bekommt, die halt Durant, Irving und Harden von der Defense weggenommen werden, weil man von Joe Harris raushilft? Da muss man eher mal auf Landry Schammett gucken, auf Bruce Brown, auf Nick Claxton etc. Also je nachdem, wer sonst da mitspielt. Denn Joe Harris ist eine bekannte Größe, der immer seine Aufmerksamkeit bekommen wird. Würde er Spiele haben, wo der durchdreht? Na klar, weil er Joe Harris ist und nicht, weil er ein X-Faktor ist. Wenn wir ein X-Faktor suchen, wie gesagt, ich mag das in den Termen nicht, aber wenn wir eins suchen, dann ist es zum Beispiel Nicholas Claxton. Wenn der dabei ist und so verteidigt, wie bisher gemacht hat, dann ist das ein Game Changer für die Nets. Ich sage nicht, dass sie eine Defense haben, die meisterschaftswürdig ist, aber wenn er dabei ist, dann hilft er echt extrem viel, was das angeht. Und wenn er nicht dabei ist, dann haben sie ein relatives Problem. Und das ist dann vielleicht eher X-Faktor, weil, glaube ich, andere den nicht so auf dem Schirm haben, defensiv, und er hat ja auch eher wirklich offensiv Würfe bekommen könnte, die er sonst nicht bekommen würde, wenn draußen die ganzen Schützen stehen und Leute denken, okay, also, da müssen wir erstmal gucken, was die Dreierlinien zu ist, bevor wir Nick Clexton da unter dem Korb aufpassen. Also, deswegen Joe Harris sehe ich eher nicht als X-Faktor, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe auch eine relativ eigentümliche Definition von dem Begriff, glaube ich. Welche Rolle Mike James spielen kann? Kommt darauf an, was mit James Harden ist. Momentan sehen wir ja, er kommt rein, er gibt so ein bisschen Instant Offense, gibt auch so ein bisschen Shot Creation, wie es heutzutage in Neudeutsch heißt, also er kreiert Würfe für sich selber, was sicherlich auch momentan seine Hauptaufgabe ist, weil das Playbook kann er ja nur von seinem iPad kennen, also das ist ja, als er jetzt keiner eingespielt hat, er hat ja noch gar keine Gewohnheiten mit seinen Kollegen entwickeln können, so nach dem Motto, hey, schon mal Joe Harris, wo willst du eigentlich am liebsten den Ball haben? Also willst du den Ball, jetzt wird es ein bisschen kleintag, aber da willst du den Ball, wenn ich dir den Ball passe, willst du ihn vielleicht lieber ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gepasst haben? Wenn du im Block kommst, möchtest du den Ball direkt haben, wenn du um den Block kommst oder noch einen Schritt weiter? Möchtest du Pässe lieber ein bisschen im Lauf haben? Da gibt es wirklich Vorlieben oder an welchen Spots man den Ball haben will. Und das sind so Geschichten, die muss natürlich Mike James das mal lernen, um wirklich ein Point Card zu sein, der nicht vornehmlich darauf schaut, dass er selber sich einen Wurf kreiert. Allerdings, wenn ihr jetzt diese Beschreibung da jetzt schon gehört habt, es gibt natürlich jemanden. Und da bin ich wieder. Da scheint gerade irgendein Eichhörnchen hier die, wie soll ich sagen, die Internetleitung an der Knabber zu haben. Okay, ja. Ich hoffe, dass jetzt der eine oder andere wieder zurückfindet. Denial of Service. Ja, genau das war es. So, jetzt gucken wir mal, wer alles dabei ist. Da ist er wieder. Ja, ja, sorry. Genau, die Eichhörnchen haben die Leitung nicht geknauert. Aber leider Gottes sind jetzt, ich muss auch mal kurz nebenbei hier bei Twitch reingehen, weil jetzt hier bei meinem Programm sind die Fragen weg. Aber das ist Live-Fernsehen. Das ist Live-Fernsehen. Da ist das halt so. Wo war ich im Sting geblieben? Die Nets haben wir besprochen. Was war die andere Frage, die dahinter kam? Warte mal kurz. Jetzt habe ich natürlich reingerufen gehabt. Aber warte mal, die Frage habe ich nicht mehr da. Egal. So, wartet mal kurz. Ich schaue einmal kurz hier in den Chat, sodass ich da schauen kann, was da für Fragen jetzt noch kamen. Ne, sehe ich nicht mehr. Das ist natürlich bitter. Sorry, da müsst ihr die Fragen einfach nochmal stellen. Aber da müssen wir jetzt durch. Danke, Wobcom. So. Wie gesagt, ich bin die Frage nicht weiter durchgegangen. Ich habe gemerkt, dass das off ist. Warum die nächste Frage denn? Und danke fürs Folgen, Fischkopf Larry, trotz der... Mike James war zuletzt. Genau. Hier ist nochmal die Mütze ab. Jetzt ist vielleicht auch Destin. Gläufe war zu warm. Mir ist einfach alles durchgebrannt. Also ja, Mike James, Sie haben ja schon zwei Mann auf der Eins, die für andere kreieren können. Und für sich selber halt eigentlich auch gerne kreieren. Das sind James Harden und Kyrie Irving. Und die Frage ist so ein bisschen jetzt, dass Sven Harden wieder zurückkommt. Haben sie dann für Mike James noch Verwendung? Vielleicht können wir da auch nochmal auf das Steps-Chart gucken. Ich rufe das mal kurz nebenbei hier auf. Von Brooklyn. Denn das ist, glaube ich, dann auch ganz aufschlussreich. Wenn wir nämlich mal schauen, dann sehen wir ja, Sie haben Kyrie Irving auf der Eins. Das geht jetzt ein bisschen schief so. Aber sagen wir mal, Kyrie und James Harden haben wir als Pointguards. Bruce Brown würde ich nicht als Pointguard sehen. Chris Kiosa vielleicht, aber sicherlich nicht so gut wie Mike James. Und Dinwiddie ist verletzt. Tyler Johnson war eigentlich auch irgendwie ein bisschen Pointguard. Also würdest du dann sagen, James ist ein dritter Mann und Kyrie geht nur noch auf die zwei. Ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den sehen in der Postseason, dass er im Kader bleibt. Allerdings würde ich mir vorstellen, dass die Spielzeit dann wahrscheinlich eher ein bisschen weniger wird, wenn es hart auf hart kommt, weil du hast eben Kyrie, du hast James Harden. Die Frage ist, wie James ja auch reinkommen kann jetzt so ins Playbook, wenn er nur so wenig Zeit hat mit seiner Mannschaft. Aber ich traue ihm schon zu, dass er da halbwegs Rolle da spielt, nur halt vielleicht nicht so groß, wie das der eine oder andere vielleicht denkt. Danke für das Konsumieren des Outputs. Wenn da keiner zu gucken würde oder zu hören, dann würde es schon relativ wenig Sinn machen. Bei keinem Topspiel dieser Saison sind alle Stars mit dabei. Ist das nur meine subjektive Wahrnehmung, da ich nur am Wochenende schauen kann oder was liegt da normal danach dran? Könnte auf Dauer die Autorität der Liga durch verloren gehen. Ja, ich meine, das sind die Geister, die die NBA da gerufen hat dieses Jahr mit diesem Spielplan. Ich habe es auch schon im Podcast einmal verbalisiert, dass es natürlich so ist, dass jetzt viele natürlich sagen, ja, guck mal, die Liga, die verheizen die Jungs und die sind schuld. Warum sind es denn 72 Spiele geworden und nicht 62 oder 60? Und warum hat man denn nicht später angefangen? Etc. pp. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich alle Geschichten, die von dieser Tragweite sind in der NBA, also Spielplan, Free Agency, etc., das kann ja die Liga, das Liga-Büro und nicht alleine entscheiden. Das geht ja immer auch an die Spielergewerkschaft. In dem Fall natürlich auch. Und dann verhandelt man halt, was das Beste ist für beide Seiten. Und man einigt sich auf einen Kompromiss. So, und wenn ihr euch erinnert, der Grund, warum man schon so früh angefangen hat, das war ja lange die Rede erst vom 18. Januar, etc., dass man halt vor Weihnachten angefangen hat, der Grund war halt natürlich Geld, weil die NBA aufs Vorrechnen konnte, okay, wenn wir die Christmas-Games verlieren, dann kriegen wir halt von den TV-Partnern weniger Geld. Wegen der Revenue, das, was alle sharen natürlich, das Geld, was alle dann teilen. Und, naja, das wollten dann die Spieler auch nicht. Weil der Kuchen, dann ist ja nochmal zur Erklärung, das ganze Geld, was die NBA einnimmt, das ist ein Basketball-Related-Income, also, alles, was sie mit Basketball verdienen, das wird ja aufgeteilt. Ins Grobe ist gesprochen, eine Hälfte kriegen die Besitzer, eine Hälfte kriegen die Spieler. So, danke Keule. Und natürlich wollten die Spiele jetzt auch nicht da auf hunderte Millionen Dollar verzichten. Also haben sie gesagt, nö, dann lassen wir einfach anfangen. Naja, und lass uns 72 Spiele machen. Warum 72? Es gibt in den USA, es gibt zwei Arten von Fernsehverträgen. Es gibt zum einen die Verträge von der Liga, das sind die zum Beispiel mit TNT, mit ESPN, ABC, also wer darf die Playoffs übertragen, wer darf die Finals übertragen, wer darf Ortsdagen übertragen und wer darf Primetime-Spiele Donnerstagabend übertragen oder am Wochenende. So, und da zahlen halt die TV-Stationen Geld für, damit sie das Spiel übertragen können. Das ist das eine Ding. Das ist ja der Klassiker, das ist ja genau wie bei uns hier Sky für die Fußball-Bundesliga bezahlt. Nur, dass die natürlich nicht alles bezeigen dürfen. So, und dann ist es so, dass die Teams, weil natürlich von den Charlotte Hornets zum Beispiel nicht 82 Spiele oder 41 Heimspiele sicherlich im nationalen Fernsehen übertragen werden, dass die lokal, weil in den USA gibt es immer, gibt es natürlich NBC, es gibt ABC, diese Sender, die im ganzen Land ausgestrahlt werden, aber diese traditionellen Sender, bei diesen neuen, Carb-Sender ist nicht so, aber bei den traditionellen Sendern ist es so, dass es so Affiliates gibt, also Sender in der jeweiligen Stadt, zum Beispiel in New York dieses Yes Network, die dann halt vor Ort das, also jetzt glaube ich ist es nicht so, aber es gibt dann zum Beispiel auch ein NBC-Affiliate in New York, die halt vor, also in New York dann das NBC-Programm ausstrahlen, aber eben auch, wenn sie dann zum Beispiel sich die Rechte an den Knicks Spielen gekauft hätten, haben sie nicht, aber wenn sie es hätten, können sie die auch zeigen. So, also das ist dann quasi ein lokaler TV-Vertrag und der ist überall so ein bisschen anders, zum Beispiel die Lakers verdienen, glaube ich, zwei Milliarden über so ein paar Jahre damit, durch ein Team wie Indianapolis ist natürlich viel, viel weniger. Und diese lokalen TV-Stationen, die haben in ihren Verträgen normalerweise drinstehen, wir dürfen 72 Spiele zeigen und wir zeigen 72 Spiele, also heim und auswärts. Warum 72? Weil eben, da man mit drin eingepreist ist, es kann ja sein, dass unsere Mannschaft im nationalen TV gezeigt wird, dann können wir es nicht übertragen. Und deswegen gab es diese Zahl 72, weil man das Geld, also natürlich, man kann auch sagen, wir machen nur 60, gibt es ja auch in der NBA mal ab und zu, wenn es so einen Arbeitskampf gibt, aber wenn man natürlich das Geld nicht zurückzahlen muss an die lokalen TV-Stationen, auch nicht an Liga weit, hat man gesagt, das Geld haben wir doch ganz gerne in der Tasche, die Spieler auch, die Spieler sagen, es wird schon laufen, dann spielen wir mal. So und jetzt verletzen sich halt alle. Und das ist natürlich nicht geil, natürlich nicht. Das ist schlimmer als in den letzten Jahren auch, wenn man da mal ein bisschen liest, was so Assistant Coaches oder auch Physiotherapeuten sagen, dann hört man, er ist die schlechte, das schlechste Spielplan aller Zeiten, das ist der schlimmste Spielplan aller Zeiten. Ja, und das zeigt sich jetzt auch, weil Leute sich ja verletzen. Und natürlich will man in so einer Saison, die so wild ist und wo, wenn man auch ehrlich was sagen muss, es gibt bestimmt sieben, acht Teams, die Meister werden können, auch nichts riskieren. Man sieht Stars anderswo zusammen berechnen, dann hofft man natürlich mit so ein bisschen Loadmanagement, mal einen Spieler rauszunehmen, rechts und links, einfach am Ende dann fit zu sein, dann Meister werden zu können. Und deswegen sehen wir momentan diese vielen Spiele ohne Stars. Kann das langfristig zum Problem werden, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir einfach hoffentlich nicht langfristig Pandemie haben. Zumindest nicht die Amerikaner, wir vielleicht schon, so wie das bei uns politisch läuft, aber die da drüben wollen ja nächstes Jahr pünktlich wieder anfangen mit vollen Hallen etc. Und dann hast du ja auch die normalen Pausen. Grüße nach Niederbayern. Ist München Niederbayern? aber ich war am Wochenende wieder in München. Da habe ich öfter da. Wie schätzt du die diesjährigen Rookies ein? Obi Toppin bei den Knicks ist ja nicht wirklich das Wahre, vielleicht kannst du die Rookies bewerten. Ach, na, möchte ich nicht jetzt einmal so durchgehen. Vielleicht nutze Obi Toppin, ich glaube, der ist ein bisschen Opfer vom Regime Tom Thibodeau geworden. Das meine ich gar nicht so negativ, wie es sich anhört, sondern er ist jemand, der glaube ich, noch relativ roh ist und dann auch jetzt nicht so unbedingt und ja, München, ich weiß nicht, für mich ist alles Bayern ab Frankfurt. Deswegen ist halt, ich glaube Toppin, wenn er woanders gespielt hätte, hätte er sicherlich mehr Chancen bekommen, aber die Knicks haben von Anfang auf Sieg gespielt, was auch vollkommen okay ist. So soll es auch sein. Und Thibodeau ist ein Trainer, der presst aus seinem Kader einfach komplett alles raus, was drin ist. und das hat er gemacht. Toppin hat auch Anlaufschwierigkeiten und wenn du, glaube ich, bei Thibodeau dir nicht ganz, ganz früh den Respekt verdienst mit tollen Leistungen, fehlerfreiem Spiel, dann wird es schwierig, den dann irgendwann zu überzeugen. Warten wir, wie es nächstes Jahr läuft, aber Toppin, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen der Bringschuld. Mal gucken, also New York läuft alles super, Toppin ist vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte, ah, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber junger Mann noch, warten wir mal drauf ab. Welche der beiden NBA-Karrieren würde ich denn bevorzugen? Treuer Franchise-Player, der es mit seinem Team nie über die Conference-Finals hinaus schafft oder lieber der Typ Spieler, der regelmäßig Franchise wechselt und hat sehr gute Rollenspieler, die Meisterschaft gewinnt, zum Beispiel Danny Green. Das ist schwierig, ich glaube, das ist, ich glaube, rein sportlich, ist nichts über Meisterschaft. Also wenn du wirklich das auch gewinnen kannst als einer, der beiträgt und Danny Green hat wirklich einen großen Beitrag geleistet bei vielen oder bei einigen der Teams, wo er Meister geworden ist, dann würde ich eher mal das machen. Ich glaube, wenn wir überlegen, damals die Serie gegen Miami, wo das Jahr, wo es richtig am Bock läuft, in den Finals verlieren sie ja, aber allein das, dass du auch dann mal so Saisons hast, wo du einfach ablieferst in den Finals, wenn du nicht gewinnst, das finde ich, ist fast schon mehr wert, als wenn du so Franchise-Player bist. Klar kannst du da vor Ort eine absolute Legende sein und alle, was weiß ich, kriegst eine Straße vor der Halle wie Dirk und so. Das hat was für sich, aber ich finde, wenn du einen Beitrag leisten kannst, so ein Meisterteam, dann würde ich das immer irgendwie so dem Allstar, Superstar-Status ohne Chance auf einen Titel vorziehen, wenn ich ehrlich bin. Das hat nichts mit Treue oder sowas zu tun. Ich weiß auch super zu schätzen, was der hier macht. Ich rechne es Dirk auch hoch an, dass er die ganze Zeit in Dallas geblieben ist und für ihn hat es sich dann auch gelohnt. Aber ich glaube, wenn ihr selber mal gespielt habt und am Meister geworden seid oder einfach irgendeinen Pokal gewonnen habt, ich meine, das klingt total blöd, aber wir sind damals mit der Deutschen Sporthochschule, glaube ich, im dritten, was, dritter Anlauf oder vierte? Muss ich überlegen. Ich glaube, der vierte sogar. Jetzt sind wir das zweite Mal in den Finals der Deutschen Meisterschaft und haben jedes Mal verloren. Und als wir dann das letzte Mal das dann gewonnen haben, das war einfach ein unglaublich geiles Gefühl, was man, glaube ich, nicht hat, wenn man einfach irgendwo im Halbfinale ausscheidet. Von daher, so ein Gefühl machst du, glaube ich, Sport auch. Das hat, glaube ich, nichts mit Ringjagen zu tun, sondern einfach, wenn man so gestellt bekommt, einfach will man den Höhepunkt seiner Sports erreichen, dann würde ich sagen, ja. Westbrook führt zum dritten Mal die Liga bei den Assists an, ja, dennoch wird er selten genannt, wenn es um die besten Passgeber der Liga geht. Geht er für dich inzwischen zu den Top 5 in diesem Bereich und wird er von der großen Masse der NBA-Fans sie zu den Kriminellen unterwertet. Die Frage ist immer, wie man Passgeber bewertet, wie man das meint, wie man den Begriff halt interpretiert für sich selbst. Wenn es jetzt nur darum geht, ist er der eine der fünf besten Assists-Geber, dann würde ich sagen, ja, klar, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das sieht man ja einfach an der Liste, wo die Zahlen stehen. Da muss ja auch keiner großartig Ahnung vom Basketball haben, da reicht ja eine normale Grundschulausbildung, dass man halt Zahlen erkennt und weiß, was größer und kleiner ist. Vielleicht ein paar Buchstaben lesen, das dauert dazu. Aber Passgeber, Passer ist für mich ein bisschen was anderes. Also für mich hängt das viel zusammen mit, was das für eine Art Pässe, die gespielt werden. Ich würde mal vermuten, dass eigentlich jeder, der jetzt nicht unbedingt mit Scheuklappen aufs Feld geht, einen Pass spielen kann, wo er mit dem Dribbling seinen Gegenspieler schlägt, auf der Weekside kommt die Hilfe an oder was weiß ich, irgendeiner, wo kommt die Hilfe und dann passt sich den Ball dahin zu dem der frei ist und dann schießt er in den Dreier. Das ist, glaube ich, nicht wirklich superschwer. Das ist kein schwieriger Pass. Sicherlich kann man jetzt sagen, Big Men kriegen das ja nicht wirklich hin. Ja, gut, das sind doch Big Men. Aber für einen normalen Spieler, sagen wir mal, bis zwei Meter, sieben, acht, ist es eigentlich kein Problem, aus dem Drive den Ball hochzunehmen und rauszupassen aus vollem Lauf. Und viele von den Assists, die Westbrook spielt, sind natürlich die. Ab und zu mal dann den Eliob, Eliob, oh Gott, Elihoop, aus dem Pick'n'Roll, auch mal einen Durchstecker, wenn dann ein Centerspieler hilft und der Große wartet im Dankerspot. Das ist auf jeden Fall drin. Ab und zu auch mal ein Zauberpass, bestimmt. Aber, wenn ich so von den besten Passgebern selber denke, dann denke ich halt natürlich an Jokic zum Beispiel. Ich denke zum Beispiel an LeBron. Einfach an kreative Spieler, die nicht jetzt nur einfach, wie gesagt, dribbeln und bam, den Ball da raus, sondern einfach auch dribbeln, die Augen oben haben und stellenweise Pässe sehen, die gar nicht sich so, Doncic auch, die sich gar nicht so einfach erschließen, wo vielleicht auf der Weakside ein Verteidiger nur so einen halben Meter schon so halb absinkt und eigentlich noch gar nicht im Sichtfeld vom Mann mit Ball ist und der aber jetzt schon weiß, okay, der kommt nicht rechtzeitig hin, wenn ich den Ball darüber rüberknalle. Das ist ein wahnsinniger Pass. Die Pässe von Jokic. Danke, Brickshooter. Wenn er im Low-Post steht, nur so guckt und dann die Dinger macht. Einfach Kreativität in den Lauf spielt, wo er, das hat auch viel mit Antizipation zu tun auch. Kann ich sehen, wie sich ein Play entwickelt. Wenn ihr mit der Arbeit von Bobby Knight vielleicht ein bisschen vertraut seid und die alten Bücher gelesen habt. Ich habe übrigens letztens im Keller eine Kiste gefunden mit den ganzen alten Barstow-Büchern, die ich früher gelesen habe. Vielleicht stelle ich die auch mal hier demnächst im Stream vor. Also Bobby Knight hat zum Beispiel Design-Teams. Der höchste Kunst ist einfach, wenn wir fünf Mann auf dem Feld haben und es passiert eine Aktion. Keine Ahnung. Irgendwie ein Pin-Down-Block abseits vom Ball. Also ein Block von außen zur Baseline, wo ein Shooter rumläuft. Und er meint halt, wo wir halt hinkommen müssen, ist halt, dass nicht nur der Mann, der um den Block kommt, weiß, wo er hinläuft und die Defense liest, sondern der Passgeber muss es halt auch. Der Mann, der den Block gestellt hat, muss es lesen. Und die anderen beiden, die gar nichts damit zu tun haben, müssen es halt auch lesen. Und alle müssen wissen, was zu tun ist. Instinktiv. Er hat eine Motion Offense damals installiert in Indiana. Er sagt legendär. Und das ist so eine Antisipation, Spielverstehen. Das hat für mich alles mit Passgebertum zu tun. Und Russ Vectrook ist ein brillanter Spieler. Es ist unfassbar, wie er gerade die Wizards da trägt mit Bradley Beal. Man muss auch sagen, wenn man da mal drauf guckt, gegen wen die zuletzt gespielt haben, naja, ich denke, so drei, vier von euch und ich und Mo Wagner würden auch da vielleicht ein, zwei Spiele noch gewinnen gegen die Truppen, gegen die, die angetreten sind zuletzt. Aber du musst ja erstmal alle schlagen und du kannst ja auch nur die spielen, die dir vorgesetzt werden. Er führt nun mal die Liga bei den Assists an mit einer Mannschaft, die auch jetzt nicht tolle Dreierschützen parat hält. Ganz im Gegenteil. Außer David Bertant, ich glaube, Garrison Matthews. Ich glaube, da trifft, glaube ich, keiner über 38 Prozent. Und selbst ein Bradley Beal ist bei 36, 37. Also, ne, more power to Russell Westbrook, aber Assistgeber, ja, Passgeber, Kreativität, Antizipation, da würde ich sagen, nein. Wann gibt's wieder Wolfenbüttel-Action? Also, ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwo hinter mir da in den weißen Schränken, dass er jetzt tonnenweise Tapes aus meiner Oberliga-Zweitliga-Karriere lagern, sondern der Nico, der mit dabei war bei dem Spiel, könnt ihr euch auch in dem Martin ja noch anschauen, was wir da kommentiert haben, der hat halt von seinem Team, weil ein Spieler damals verletzt war, hat er irgendwie alle Spiele auf Video aufgenommen und deshalb hat er dieses Video gehabt. Aber er hat das ja auch, hat er es nicht auch und er gesagt? Ja, ich glaube, ja, ne? Er hat auch noch irgendwie einen Zweitliga-Tape von uns bekommen und da hat er mir jetzt schon gesagt, dass wenn er das digitalisiert hat, dann wird er mir das zukommen lassen und dann müssen wir mal schauen und dann bin ich echt gespannt, was da drauf zu sehen ist. Bekommt Moe jetzt zwei Gehälter? Ich habe mich da fast ein bisschen überfragt, weil er ja eigentlich rausgekauft, also er wurde eigentlich entlassen, das heißt, er kriegt das Geld bis zum Ende des Jahres von den Celtics, hat es einen neuen Deal unterschrieben, das ist natürlich jetzt nicht für viel Kohle. Ich kann mal nebenbei schauen, ob das schon eingepflegt ist bei Spotrack. Wenn ja, könnte da ja vielleicht sogar was stehen in der Richtung. Ich schaue das mal gerade nebenbei nach. Aber geht das dann on top oben drauf? Das ist echt eine gute Frage, die ich gar nicht so auf Anni beantworten kann. Ich sehe gerade erst noch nicht eingepflegt hier. Ich denke, das ist ein Thema für einen Podcast. Wahrscheinlich muss ich ihn da wirklich mal fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er zwei Gehälter bekommt. Wendet eher noch zu verteidigen. Trae Young, De'Aaron Fox oder Towns. Towns ist zwischendurch echt schon mal besser geworden. Zuletzt muss ich sagen, habe ich wenig Timberwolves geschaut, weil es keinen Grund gibt. Was ich jetzt mache, ist ja auch so, mich auf die Playoffs vorzubereiten. Ich würde aber sagen, ich würde schon sagen Towns, weil als Big Man, da kommt mehr Erfahrung hinzu. Du weißt besser, wie du dich positionierst, verstehst Winkel irgendwann auch besser, denke ich. Trae Young und De'Aaron Fox werden wahrscheinlich nicht mehr wachsen und auch nicht großartig an Masse zunehmen. Von daher, glaube nicht, dass da viel passiert. Mit wem würdest du gerne mal kommentieren bei einem Event deiner Wahl? Geht es jetzt um Sport oder worum geht es genau? Mit wem würde ich gerne kommentieren? Also ich glaube, ich muss schon deutsch sein, weil ich habe genug Englisch in meinem Leben schon gesprochen. Ich war ja zwei Jahre im Ausland, aber Deutschland schon nochmal geiler. Ich glaube, ich mache es mir aber leicht. Ich würde aber mit Dirk gerne mal die MB Finals vor Ort kommentieren. Ich glaube, das wäre ganz geil. Einfach zusammen, ne, neue Brille? Ne, das ist eigentlich genau die gleiche wie immer. Ich würde mit Dirk gerne kommentieren, weil A, wüsste ich, dass wir unser On Air, glaube ich, kurz gute Chemie hätten. Danke G1 fürs Follow. Zum anderen wüsste ich es mit Dirk auch jetzt, wo die Karriere vorbei ist und abends noch Wein trinken würden zusammen. Von daher, ja, das wäre, glaube ich, eine geile Sache. Wir könnten uns viel unterhalten über früher. Da hätte ich Bock drauf. MB Finals mit Dirk. Tweetet ihn an, er soll das bitte möglich machen. Wird es Playoff-Spiele geben zu europäischer Primetime übertragen werden? Da muss ich kurz nebenbei meine Mails gucken, weil es gab da schon einen Plan, den ich bekommen habe. Das ist aber immer so ein bisschen die, also manchmal ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, manchmal gar nichts. Kommt ein bisschen darauf an, inwiefern solche Sachen schon feststehen. Ich rufe es mal nebenbei auf. Zeigen kann ich es euch nicht, aber das ist nicht so wild. Also, ich sehe hier, dass, ihr könnt es gerne mitschreiben, also ohne Gewehr, ja, aber das Wochenende vom 22. und 23. 25., also an dem Samstag, zwei Spiele zur Primetime kommen sollen. Ich das richtig sehe, die Woche drauf auch, also wie ich das sehe, ich habe es nur den Plan bis Mai hier gehabt, dann soll es, wie es aussieht, zumindest in den ersten beiden Wochenenden der Playoffs auch Spiele zur Primetime gehen. Das deckt sich aber auch mit dem, glaube ich, wie es vergangenes Jahr war. Was steht hier? Jetzt kriege ich die Frage jetzt nicht reingerufen. Da ist sie. Es gibt die Saison sehr vielesante Kandidaten für den Coach of the Year. Snyder, Rivers, Williams, Tibbs, Borrego, was glaubst, wird es machen? Ich glaube, Tibbs. Borrego ist ein bisschen Outside-Shot, glaube ich, momentan, Long-Shot. Den habe ich auch. Danke, David. Aber für mich ist es Tibbs. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. dass das der wirklich bis zum Heimvorteil bringt. Dass die paar Spiele gewinnen werden, gar keine Frage. Aber Heimvorteil in den Playoffs, wenn es so weit kommt, aber selbst wenn es Platz 5 wird, das ist überragend. Das ist wirklich ein Coaching-Ding. Wenn wir zum Beispiel mal gucken, mal der Snyder. Snyder hat über Jahre natürlich die Chance gehabt, seine Idee zu entwickeln mit der Mannschaft. Aber das ist eben auch eine geile Truppe, die geil zusammengestellt ist. Klar hat er einen großen Anteil, aber ich denke, wenn du da jetzt einen anderen Trainer hinsetzt, der halbwegs genauso gut ist, dann läufst du wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich. Doc Rivers, klar, kommt da hin, folgt auf Brad Brown, installiert eine neue Offensive, sicherlich auch ein Coaching-Erfolg. Auf der anderen Seite muss man sagen, Gerald Embiid hat sich halt einfach dedicated, wie Amerikaner sagen, gesagt, komm, jetzt reicht es dann mit der Rumeierei, jetzt machen wir wirklich mal Vollgas hier, mal gucken, was für ein geiler Spiel eigentlich sein kann und das hat ihn ja auf ein neues Level gehoben. Williams, naja, die waren vergangenen das Jahr auch schon gut, die haben in der Bubble acht Spiele gewonnen, da kommt Chris Paul dazu und Williams zum Beispiel, na klar, coacht er, aber er hat so viele junge Spieler im Team, die natürlich in den ersten drei Jahren immer besser werden, eigentlich ziemlich egal, was du als Trainer jetzt so X's und O's mäßig machst. Deswegen, klar hat er das gut gemacht, aber die Spieler sind gewachsen und er hat Chris Paul dazu bekommen. Tipps hat niemand dazu bekommen, so ne. Tipps hat natürlich auch RJ Barrett, der sich verbessert hat, gar keine Frage, aber hat sonst halt so eine Bande von Journeyman-Rollenspielern sich geholt, die aber Bock haben, die Kultur annehmen, die verteidigen wollen, der hat Derrick Rose geholt und Julius Randle hat einfach einen riesen Sprung gemacht, das muss man natürlich sagen, er hat ja auch sicherlich ohne Thibodeau gemacht, aber, ne, Thibodeau ist für mich der Mann. Aber ich gebe recht, dass es viele Kandidaten gibt, aber gefühlt gibt es sie auch jedes Jahr. Oh, was die Pacers machen müssen, naja gut, das ist eigentlich schnell beantwortet. Also die Kandidaten können sie nicht werden, so wie sie sind, das muss man ganz klar sagen, da fehlen die Superstars, aber was dieses Jahr auch gefehlt hat neben Superstars, ist halt Gesundheit. Wenn ihr euch erinnert, sie traden Oladipo, was okay war, man ist davon ausgegangen, bei der Franchise, der kommt nicht zurück und man kriegt dafür Caris LeVert und man merkt bei der Sportärztlichen Untersuchung, oh, der hat Krebs. Ich glaube, war es nie ein Krebs, war es glaube ich. Denkt aber, okay, das ist operabel, der wird zurückkommen, wir machen uns ja keine Sorgen. Aber man hat früh genug gemerkt, dass es jetzt nicht wirklich ein Riesenproblem wird. Aber der ist wochenlang erstmal draußen. Also heißt, man hat Oladipo eingetauscht für irgendwann mal Caris LeVert. Ist Caris LeVert so gut wie Victor Oladipo? Wahrscheinlich auch nicht, selbst wenn er fit ist. Aber okay, hat man getauscht, aber erstmal hatte man nichts dafür. Der große Star, der Bubble, TJ Warren, nicht da. Er glaube ich, ganz kurz gespielt, dann sofort verletzt gewesen, ganze Saison draußen. Naja, und dann hat man sich irgendwie mit dem Coach Nate Björkeren einfach das gut gemacht, so bla bla bla. Aber dann wird Malz Turner mal verletzt oder ist verletzt. Sabonis fällt mal aus und so war der Kader halt wirklich andauernd auseinandergerissen, durcheinandergewürfelt. Und da einfach keine Kontinuität. Und da muss man auch sagen, dass Sabonis und Turner nach wie vor nicht so wirklich richtig geil funktionieren. Titelkandidat sehe ich nächstes Jahr auch nicht. Da ist ja da kein realistischer Weg, wie sie da hinkommen können. Aber ich sehe einen realistischen Weg, wenn man sagt, okay, ich gucke mal jetzt einmal hier auf die Gehaltsliste, da kann ich auch mal mitnehmen. Aber ich glaube, dass wir da, ich glaube, da sind glaube ich gar keine so großen Free Agency Baustellen da. Es lädt hier gerade noch. Schon wieder Netzwerk? Ne, wenn Netzwerk wäre, dann würde es ja, würde ich mich ja auch nicht sehen. Von daher warten wir noch, bis es hier lädt und lädt. Tja, ne, das geht jetzt nicht gerade nicht so gut. Da kommt es, seht ihr. Also, wir sehen nächstes Jahr. Malcolm Brockton ist noch da, keine Frage. Sabonis ist da, Turner. Also, die Mann zum Mannschaft, wie so zusammenstand, Lamp war ja auch lange verletzt. Die ist zusammen. Justin Holliday ist wieder mit dabei, alles klar. Da hast du mit McDermott und McConnell zwei Jungs. Ob die jetzt bleiben, muss man mal abwarten, die werden sich auch andere Angebote bekommen, aber du hast den Kern deiner Truppe. Und das ist natürlich auch eine echt, das ist eine gute Sechs hier oben. Aber ist das eine Sechs, wo du dir keine Tat wirst? Wahrscheinlich nicht. Und was machst du dann? Ich würde sagen, man guckt, dass man mit den Jungs halt spielt. Man guckt, was man mit Turner und Sabonis macht. Ob man einen von beiden abgibt. Welchen von beiden müsste man sich selber überlegen, so ein bisschen. Ich mag das gar nicht prophezeien, aber Titel von Kandidat werden sie auf jeden Fall nicht sein, weil einfach die Stars fehlen. Aber es ist auch okay. Mittelmaß, Platz 4 mitspielen vielleicht, Platz 5. Das traue ich ihnen in der normalen Saison. Wow. Zu, wenn alles zusammenpasst. Letzte Woche sprachst du über die Wolves und die Frage, ob sie aufgrund der Top 3 Protection des eigenen Catpicks auch. Danke. Ich trinke auf dich. Auf alle anderen natürlich auch. Damals meintest du, die Mannschaft müsste sich einspielen und habe noch genug Rückstand. Seither steht man bei 3 und 1. Sie haben drei Spiele gewonnen, eins verloren. Ist inzwischen gleich auf Mittelmaß und Magic. Hat noch ein Spiel Rückstand auf die Piste. Letztens zwei Wurkes hier und drei auf Cleveland. Bist du noch der Meinung der letzten Woche? Meiner Meinung nach bringen 10 Spiele einspielen weniger als ein Topic. Oh, danke für das Cheer. Ja, das ist ein Fall für Tankathon. Und zwar jetzt mal mit einer anderen Geschichte. Und zwar seht ihr jetzt hier, ich muss, wieso ist denn diese Frage hier drin eigentlich? Egal. Also ihr seht jetzt hier diesen Draft Lottery Simulator. Simulator. Also ihr seht jetzt den Record, also die Tabelle von unten, weil es eben um Tanken hier geht. Und ihr seht Houston ist Nummer 1 mit 15 Siegen nur, dann kommt Minnesota, wie eben angesprochen, Landau mit 18, Detroit 19, 20. Winning Percentage können wir vernachlässigen, Games Behind ist eigentlich ganz witzig, weil es andersrum ist. Ist egal. Hier sehen wir den Streak, 14 in Folge verloren, 6 verloren, 4 verloren. Und hier sehen wir jetzt die letzten 10 Spiele und den Grünen halt, die es richtig machen. Und wir sehen, Minnesota macht es nicht richtig, weil sie 5 von 5 sind. So. Hier sehen wir jetzt zwei interessante Statistiken, die glaube ich nicht jedem auf den ersten Blick klar sind, was das ist. Hier ist Top 4. Also, und dann eine Prozentzahl. Also 52%. Das ist die Chance, dass man in der Lottery und den ersten vier landet. Wenn die halt so abschließen. Also wenn Houston so schlechtes Team bleibt. Und das ist hier Top, also Number 1 overall. Für den ersten Pick der Draft ist die Chance von den drei 14%. Das hat man geändert vor einiger Zeit. Früher waren es hier noch Abstufungen drin. Jetzt ist klar, die letzten drei Teams haben die gleichen Chancen auf die Top 4 und auf eben den ersten Pick. Und jetzt sehen wir, dass Minnesota ziemlich genau hier aufliegt, genau in der Grenze zu 4. Bei 4 sieht man aber, naja, dann fällt es auf 48%, also 4% weniger und der Number 1 Pick halt auf 12,5%, also 1,5% weniger. Wenn wir noch einem weitergehen, einen Sieg weiter auf Oklahoma City, dann sind es jetzt hier 42% oder 10% weniger und in dem Fall halt 3,5% und hier und ich würde sagen, Cleveland ist das Letzte, was dann so realistisch ist, was man auch holen kann vielleicht, dann ist man hier bei 37% und da bei 9%, also man hat 5% eingebüßt und in dem Fall 14, whatever. So, jetzt natürlich die Frage, es geht nicht darum, ist ein Top 10 Pick wichtiger als ein Spiel, denn um die Top 10 reden wir nicht. Einen Top 10 Pick haben sie so oder so, nur wenn er nicht unter den ersten Dreien liegt, dann geht er halt nach Golden State. die Chance auf Top 3, wie gesagt, Top 4 ist 52, hier ist 48, 42, 37. Beißt man sich jetzt den Arsch, wenn man, keine Ahnung, Vierter wird oder so? Ja, bestimmt irgendwo schon, auf der anderen Seite seht ihr hier die Wahrscheinlichkeiten und die fallen jetzt nicht so weit ab, dass ich sagen würde, ich würde das höher bewerten, als wirklich das Einspielen und Kennenlernen und nicht unbedingt Einspielen im Sinne von, dass sie dann nächstes Jahr super funktionieren, sondern Einspielen im Sinne von, wir wollen wissen als Franchise, spielen Russell und Towns und Edwards, spielen die geil zusammen? Wenn ihr gerade guckt, Russell kommt noch von der Bank. Ist das das Trio, um was wir aufbauen wollen? Wenn wir jetzt einen frühen Draftpick bekommen und den behalten dürfen unter den Top 3, wen ziehen wir denn, denen wir dann Russell, Edwards und Cat an die Seite stellen? Das ist ja auch eine Frage, die nicht unbedingt beantwortet werden kann, wenn die nicht zusammen Basketball spielen aus denen. Und von daher, und plus eben die Kultur, geht vor allem um die Kultur, dass man halt nicht sagt, wie Oklahoma City, weil bei denen ist es egal, die haben nur junge Leute und der L. Horford, aber L. Horford ist froh, wo es im Urlaub ist, da kannst du das ruhig machen. Die Youngster spielen, die Youngster verlieren. Aber in dem Fall zu sagen, unsere Building Blocks für die Zukunft, unsere Grundsteine der Franchise, auf denen wir das neue Team aufbauen wollen, die nehmen wir jetzt raus und geben denen keine Chance, zusammen Basketball zu spielen, keine Chance zu competen, wie wir Kanäle es nennen. Da ist es dann wirklich nachteilig. Orlando und Houston, die haben dieses Problem nicht. Orlando und Houston, da weiß keiner von uns, ob das nächste Team auf irgendeiner Stütze aufgebaut wird von den Jungs, die schon da sind. Oder diese Stützen, Stichwort Markel Fultz, vor allem Jonathan Isaac, sind halt schon das ganze Jahr verletzt. Also er stellt sich die Frage, ob er jetzt tankt oder so. Von daher, finde ich, ist bin es gut dann ein bisschen in so einem Sonderfall. Und kann sein, kann das sein, dass die am Ende vielleicht Leute rausnehmen für die letzten Paar Spiele? Gar keine Frage, kann wirklich passieren. Aber ich denke, so wie wir es momentan machen, das ist eigentlich gut. So, was haben wir? Nächste Frage von Bobby Jordan. Was sind deiner Meinung nach stand jetzt die besten drei bis fünf Free Agents und wo könnten sie landen? Leonard, DeRozan, Depot, Lonzo Collins können gematcht werden. Weitere. Natürlich eine sehr, sehr frühe Frage, Phase, um das hier ein bisschen anzusprechen. Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle hier eine Auflistung der besten Free Agents finde und dann das mal quasi durchzugehen mit euch. Wartet mal, bla bla bla. Das muss auch eine aktuelle Liste sein, weil ja viele schon ihre Optionen gezogen haben. Ah, da sind wir. So. Schauen wir mal. Also wir haben Kawhi Leonard hier, wir haben John Collins, wir haben Mike Conley, Victoria Depot, Jared Allen, Tomato Rosen, Chris Paul, Kyle Lowry, Lonzo Ball, Top Ten, Andre Drummond, Ibaka, ich glaube, jetzt wird schon den wie die, jetzt wird schon so ein bisschen Schröder. Ja, okay. Das war jetzt genau die Frage. Die besten drei, vier Free Agents. Ja. Also erst mal muss ich sagen, jetzt nochmal durchzugehen, wir sehen hier, Player Option, das heißt natürlich, er kann aussteigen, muss aber nicht. Er kann aussteigen, ich nehme das letzte Jahr. Restricted heißt, wenn John Collins irgendwo anders unterschreiben würde für vier Jahre, also es wäre so, dass die maximale Länge wo unterschreiben kann, wenn er nicht in Atlanta unterschreibt, dann kann Atlanta gleichziehen und behält ihn. Also er ist Restricted Free Agent, der kann nicht einfach wechseln, wenn Atlanta das nicht möchte. Mike Conley ist Free Agent komplett, genau wie Ola Depot, die können hingehen, wo sie wollen und dann keiner was machen. Jared Allen ist auch Restricted, DeMarie Rosen ist komplett frei, Chris Paul hat eine Spieleroption, würde wahrscheinlich nicht ziehen, denke ich mal, ich denke, er wird noch ein Jahr für großes Kälter bleiben. Kyle Lowry ist komplett frei, Lonzo Ball ist Restricted, Drummond ist frei, Ibaka hat eine Spieleroption, Spencer Divina hat eine Spieleroption, da müssen wir mal abwarten, Spencer Divina hat eine Spieleroption, vielleicht eher die Spieleroption nehmen, noch ein weiteres Jahr dann bleiben, Schröder ist Free Agent, das wisst ihr, Duncan Robinson ist Restricted, genau wie Montress, Montress Heron hat eine Spieleroption, genau, so. Also die besten 3, 4, da würde ich mitgehen mit, also Leonard ist natürlich der Beste, wie sehr er zu haben ist, muss man abwarten, es gab jetzt schon Berichte, dass andere Journal Manager wirklich davon ausgehen, dass er halt bleibt und dass man sich gar nicht drum bemühen muss, das weiß natürlich niemand, was wirklich in seinem Kopf vor sich geht. Collins, da gab es ganze Gerüchte drüber, mal abwarten, was da wirklich passiert. Conley ist sicherlich niemand mehr, der dich so als erster oder zweiter oder vielleicht drittbester Spieler weiterbringt, aber er ist auch schon relativ alt, da kriegst du auch keinen langen Vertrag. Oder Deepo kommt nach einer solchen Saison jetzt auf den Markt, da muss man eben mal abwarten. Aaron, da werden die Cavs mit gleichziehen und allem, was kommt, da bin ich mir sicher. Der Rosen finde ich sehr interessant und hier eigentlich auch unterbewertet, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, er ist jemand, der dieses Jahr echt gezeigt hat, dass er einen anderen Basketball spielen kann. und wertvoll sein kann. Ne, also gehen wir mal, sagen wir mal Top, was ist Top 3, 4 wollte ich sagen? Sagen wir Top 3, also Land ist Nummer 1. Stand heute, weil ich denke, dass Chris Paul halt bleibt, würde ich sagen, wir vergessen hier unten, Stand heute würde ich sagen, die Top 3 für mich im Sommer und wenn man das dann so liest oder so sagt, dann merkt man, dass dieser Hype um die Free Agency, wenn ihr aktuelle Five habt, dann habe ich es auch geschrieben, warte mal, wo ist sie denn hier? Ja, super Free Agency 2021, das ist natürlich, das ist nur Hype, das ist leider nicht real. Also, Leonard, John Collins und Dermato Rosen, das sind nämlich die drei Top 3 Agents, die zu haben sind. Bei Collins sagt, weiß man gar nicht, wie sehr der zu haben ist. Es gab Gerüchte, aber Atlanta wäre schon blöde, wenn sie nicht gleichziehen würde mit allem, was kommt. Ja, ich denke, Timberwolves könnten höher angreifen. Ich glaube, wenn dieses Jahr alle dabei gewesen wären von Anfang an und sie wären fit gewesen, und das sage ich nicht, weil sie jetzt ein paar Spiele gewonnen haben, sondern das sage ich, weil wir das auch vor der Saison in der Preview so hatten, ich bin mir sicher, dass die ums Play-and-Turn mitgespielt hätten. Also, ich glaube nicht, dass die schlechter gewesen wären großartig als Golden State. Im Gegenteil, wahrscheinlich wären sie sogar besser gewesen. Von daher, ja, ich glaube, dass die, wenn sie es ja fit sind, vielleicht auf der Free-Agent-C-Seite nochmal ein, zwei so Veteranen dazuholen, dann ist es ein Team für die Play-offs. Und sagt Play-offs immer eine Play-and-Turn. Sind Doppel-Sign-and-Trade-mäßig? Ich meine, auch wenn wir Lauri gegen Lonzo eine Win-Win-Win-Win-Geschichte. Ich weiß es gar nicht so genau, ich glaube eigentlich nicht. Frage ist auch so ein bisschen, warum man das machen sollte. es sei denn, beide sind über dem Salary-Cap. Aber, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Frag mal nächste Woche nochmal, dann habe ich es nachgeschlagen. Weil dann müsste ich mir jetzt durch Salary-Cap-FAQ kämpfen. Und, da habe ich jetzt nicht die Zeit zu. Das ist ein unfassbar riesiges. Vielleicht zeige ich die Seite mal, weil die Fragen ja öfter kommen. Oder, wie gesagt, ich mache einfach hier einen auf, auf, wenn du dir helfen willst, helft dir selbst. Ich suche einmal kurz das Salary-Cap-FAQ. Da muss ich mir erklären, das ist eine Seite von jemandem, der Larry Kuhn heißt. Wo ist das denn? Ich suche es kurz. und es ist, der gibt auch, der ist auch ein Professor, glaube ich, an der Uni in Kalifornien. Genau. Und der hat irgendwann mal sich zur Aufgabe gemacht, hier sehen wir den Mann auch, einfach das Salary-Cap der NBA. Seht ihr, er gibt hier auch Kurse und so, blablabla, augenscheinlich auch jetzt On-Demand auch, wenn ihr wirklich vollkommen Interesse habt, dann schreibt den Mann an. Und er hat eben das ganze CBA hier reingepackt in diese Seite. Und ihr seht schon, das ist nicht ganz so wenig, die Paragrafen und Klauseln insgesamt. Ich weiß das, weil ich mal vorhatte, eventuell das Ganze ins Deutsche zu übersetzen und mal abschätzen wollte, wie viel Arbeit das ist. Also das sind 300.000 Zeichen, die man übersetzen müsste. Zum Teil eben auch relativ, so Legalese, sagen wir das ja Amerikaner, also ne, guck mal reingucken hier, what about buyouts paid to national teams? Sieht man zum Beispiel in die Ablösesummen dieses Jahr dürfte, zum Beispiel, wenn Mike James überzeugt und ZSK Moskauer hat ihn noch Vertrag ja noch nach der Saison, könnten Teams ihn natürlich rauskaufen, aber dürften nur 750.000 Ablösesumme erzahlen. Wie gesagt, hier gibt es eigentlich alles, was im CBA drinsteht, Richtung Trades, Salary, steht alles hier drin, CBA, FAQ, ich hau es auch mal in die Kommentare hier und da wird sicherlich irgendwo drin versteckt sein, ob man Sign & Trade gegen Sign & Trade machen kann, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, ich muss aber jetzt mich da durchkämpfen. jetzt noch ein Hinweis zu dem, ja genau, also das Ding mit dem Spielplan, also ich habe auch vor Jahren meiner Five darüber geschrieben, dass ich sage, wenn ich Commissioner wäre, ich würde runtergehen auf 72 Spiele, genau aus diesem Grund und dann aber die Saison aber auch im Monat wie früher anfangen vielleicht oder zumindest zwei, drei Wochen, um alles zu entzehren und damit wäre schon viel geholfen. Ja, die PP-Army ist echt running, also ich sehe das ja, ich kann euch nicht jedes Mal was sagen, wo heute für PP's da sind, so wie hier, ach, das ist so schön. Ja, München, Niederbayern, ach sorry, das habe ich für nur kurz nebenbei gesehen, das, ja, ich bin halt nicht so bewandert. Das schlechte Abschneiden der Pelz, der Kader liest sich wie ein Playoff-Kandidat, wenn nicht gar wie ein Contender. Nein, es liest sich auf gar keinen Fall wie ein Contender. Da möchte ich direkt einschreiten, weil, also wenn man jetzt enttäuscht ist, dass die jetzt nicht irgendwie Top 4 belegt haben, dann muss ich sagen, nein, also das entspricht überhaupt nicht der Realität, dass man irgendwie denken sollte, dass die da irgendwie hingehören. Also das muss man ganz klar sagen, ich blende es mal die Frage hier aus. Jetzt blende ich sie aus. denn, wenn wir mal schauen, wen haben wir denn hier überhaupt? Wir haben, ich gehe jetzt aber nur ganz schnell mal durch, ohne jetzt großartig Scouting-Reports zu machen. Wir haben jetzt Zion Williams und Brandon Ingram sicherlich zwei Borderline-All-Stars, All-Stars, je nachdem, wie man das jetzt sehen will, wir sehen hier, wenn wir Ingram haben, wir haben einen Typen, der selber für sich einen Wurf kreieren kann, der einen Dreier trifft, hohem Volumen, auch gewisse Playback-Qualitäten mitbringt, guter Mann. Wir sehen Zion, Zion Point sein, wie immer er das gerade macht, eine überragende Quote im Zweier-Bereich. Dreier, ja, nicht so geil, aber, ne, könnte vielleicht ein bisschen mehr Rebound, sicherlich ein paar Würfe blocken, aber auf jeden Fall einzigartiger Basketballer, den wir so noch nicht gesehen haben, ist aber auch erst 20. Hat erst, was hat er jetzt, wie viele Spieler hat er jetzt gerade mal eine Saison quasi abgerissen. Naja, und dann, also wen haben wir denn dann in dem Karneval sagen, würden ja, aber auf jeden Fall gehören die irgendwo hin, nur in den Top 4. Lonzo Ball, Dreier dieses Jahr extrem gut gefallen, ich mag ihn, weil jemand ist, der den Ball schnell macht, aber, also, wir können nicht davon reden, dass das einer der 15 besten Point-Gards der Liga ist. Ich glaube, da leben wir uns sehr weit aus dem Fenster. Eric Bledsoe, hat seine Stärken, hat seine Schwächen, am anderen beim Dreier, relativ kleiner Guard, kommt natürlich von einer Mannschaft, die große Ansprüche hatte, aber wenn ihr gesehen habt, wie abgemeldet er stellenweise im Playoffs war, könnte man auch nicht wirklich argumentieren, dass der jetzt einer ist, der ein Team aus jungen Leuten, wir reden ja jetzt von drei Anfang-20ern eben, die Stabilität gibt, dass die irgendwie einen Riesensprung machen. Nikola Alexander Walker, krass überrascht für mich wirklich in der Saison bisher, aber auch erst 22. James Johnson kam später zu, ist einfach nur ein wandelnder Blankoschel, weg für die nächste Free Agency, weil der Vertrag ausläuft. Josh Hart ist verletzt, 3 in D, ohne wirklich ein 3. Das sage ich jetzt nicht, weil er mich vor zwei Jahren bei der Gamescom so mies abgezogen hat, auch bei 2K, aber das ist ein guter Mann, aber auch keiner überragt. JJ Reddick ist ein alterner Dreierschütze, der viel besser aufgehoben ist in so einem Team wie den Mavericks, wo die Strukturen stimmen. Steven Adams ist da, um zu verteidigen, das macht er gut, er reboundet auch, aber er ist natürlich jemand, der, haben wir in Oklahoma City auch schon gesehen, die Schwächen, die er hat im Offensivspiel, die treten gerade auch in den Playoffs relativ schnell zu Tage. Also, Herr Thomas haben wir schon besprochen. So, dann sind wir jetzt bei 9 Leuten, wovon einer gar nicht mehr da ist, sagen wir mal 8. Und dann sind wir bei Billy Anna Gomez, also, nee, also da haben wir zu viel schon gesehen, dass wir wissen, dass der dich nicht weiterbringt. Kyra Lewis, das mag ein Mann für die Zukunft sein, aber wenn die Zahlen seht, das ist kein Mann wie die Gegenwart. Jackson Hayes kann springen. Cool. Können eine Menge Leichtathleten auch. Spielen nicht in der NBA. Ich sage nicht, dass er erst, dass er ein Blinder ist, aber erst mit 20 niemanden, wo du erwarten könntest, dass der irgendwie eine Mannschaft unterstützt, die in die Finals kommst. Und was Najee Marshall angeht, der zuletzt echt dann auf einmal so aufgetaucht ist, okay, cool, konnte keiner von ahnen. Iwondo kam aus Dallas, Nunelli kam aus Europa, Gabriel, Melly, Cinderi, Thornville, Willi Magnai. Ich bin mit der Arbeit von Herrn Magnai auch gar nicht vertraut. Von daher, nein, das war auf gar keinen Fall ein Titelfavorit. Auf gar keinen Fall. Eine Mannschaft, die Play-In-Tournament mitspielt, ja, aber das machen sie auch. Also ich meine, natürlich haben die jetzt einen gewissen Abstand, was sind es, vier Siege, glaube ich, hinter Go and State. Ja, das hätte besser laufen können, aber die hätten es verteidigen müssen. Und Verteidiger hatten sie einfach nicht noch im Kader und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie stehen. Das ist nicht richtig geil, aber ist auch jetzt nicht desaströs schlecht, wenn man ehrlich bin. Oh, hallo Heike, er ist jetzt gesehen. Der Mo Money More Problems Podcast, ach so, wegen Mo ist ein doppelter, ah ja, Megeld hieß der Film früher, ne, die Älteren werden sie ihn an. Ach, Heike hat die Frage geschrieben mit der Brille, ne, die ist schon, also sie ist nicht super neu, aber ein neuer. Du guckst mir erst mal zu, wahrscheinlich erst deswegen. Ähm, mh, 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 es wäre wirklich, also ich hätte Bock auf Dirk, mit Dirk was zu kommentieren. Allerdings müsste ich ja dann die ganzen, wäre ich ja quasi der Kommentar schon, er wäre der Experte. Weiß ich nicht, ob ich das so gut könnte. Aber jetzt sagt, spammt Dirk ruhig zu, kein Problem. Zwingt, er kann ja mit dir herkommen und ich kommentiere mit Dirk hier einfach Zweitligaspiel von mir. Das wäre eigentlich noch geiler als die Finals. Gott, wäre das peinlich. Ähm, oh, die Sache hier mit dem Abo, glaube ich, haben Leute schon erklärt, wenn ihr es richtig gesehen habt. Wo man NBA Apparel kaufen kann. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so im Apparel Game drin, aber, ich meine, Kicks.com ist natürlich immer eine gute Anlaufstelle. Ähm, der mba-store.eu auch. Auf jeden Fall nicht in China oder so. Ähm, wann LeBron zurückkommen muss, damit sie Zeit haben. Ich würde schon sagen, relativ bald, ähm, gucken wir auch da vielleicht mal auf den Spielplan. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie viele Spiele die Lakers jetzt zum nächsten Mal noch haben. Also, viele haben, ist klar, aber gucken wir mal hier. Ähm, also, wenn wir jetzt sehen, wir sind hier, wir haben jetzt noch, was sind das, 10, 11 Spiele sind da übrig. Puh, ähm, also, gefühlt würde ich sagen, ähm, ja, ich glaube hier, hier um den Dreh, an dem Wochenende, vielleicht auch hier, Auswärtsspiel zu Hause, ist ja auch kein Thema. Also, hier rum wäre das schon richtig gut. und natürlich vor allem, wenn sicher ist, dass man nicht, oder, wenn man sicher gehen kann, auch vor allem, dass man nicht ins Play-In-Tournament muss. Denn dann halt er noch mal eine Woche, um sich dann noch mal ein bisschen Trainingsanheiten noch mal reinzubringen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was bei ihm jetzt hier gerade auch steht. Ähm, das Schöne ist, auf der Seite hier steht ja mal alles. Wir sehen, LeBron, no Update. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass, wie gesagt, diese fünf Spiele, das wäre schon gut. Ein Auswärtstrip. Ich meine, 100% wird er hier nicht spielen, wenn es nicht drauf ankommt. Und hier vielleicht auch nicht. Okay, das ist natürlich noch ein bisschen schwierig, ich habe es eben nicht gesehen mit den Back-to-Backs. In der perfekten Welt kommt er wahrscheinlich hier zurück. Eigentlich hast du natürlich auch gleich zwei knüppelharte Spiele vor der Brust. Dann Portland. Oder du sagst, er spielt gegen Denver. Oder du sagst, perfekte Welt. Am 2. Mai ist er wieder da, weil wir jetzt nicht damit rechnen können, dass er die nächsten beiden Spiele macht. Setzt das Back-to-Back aus. Spielt nicht gegen die Clippers, sondern spielt gegen Portland. Dann hat er einen Tag Pause. Nimmt das mit. Verpasst das Houston-Spiel. Oder kriegt ein paar Minuten, aber mehr nicht. Spielt dann noch wahrscheinlich gegen die Pacers vielleicht. Und dann macht er Pause. So könnte ich mir das vorstellen. Aber bei ihm wissen wir einfach nicht, wie das aussieht. Er hat diese Bilder gesehen, wie er da jetzt ein bisschen so fake geworfen hat, ohne Ball. Das sah schon relativ flüssig aus, aber mal abwarten. Ja, aber das habe ich ja eigentlich auch so erwartet, auch als ich über diesen Trade gesprochen habe. Das macht ihn ja auch nur so attraktiv für die Wizards, dass sie sagen, naja, wir haben hier einen Star. Ihr habt einen Star, der ist ein paar Jahre jünger. Der passt vielleicht besser zu unseren Youngstern. Lass uns auch den Trade machen. Und das war ja eh diese ganze Idee dahinter. Sonst bräuchst du ja Bradley Beal nicht abzugeben. Ich tue mich ein bisschen schürfein, so denke ich, es macht nach wie vor Sinn, wenn alle Seiten da Bock zu haben und nicht ein Beal da ankommt, der sagt, was soll ich eigentlich hier? Du hättest dann auch mit einem anderen Guard, der auch den Ball ins Pick and Roll tragen kann, wirklich Rückversicherung, wenn mal was mit Jamal Murray passiert, wie es passiert ist gerade. Ich würde es nach wie vor machen. Kann man sich dann ärgern vielleicht, weil MPJ dann voll Damok läuft und 30 pro Spiel auflegen ist es ja. Eventuell schon, aber ich denke, dass Beal dich nach wie vor zu einer besseren Mannschaft macht und deine Titelchancen einfach vergrößert. Oh, danke für die Hilfe hier bei dem Abonnieren mit dem Prime-Ding. Also ja, wenn ich es gerade sehe, wenn ihr auch noch ein Prime-Abo habt und nicht gelassen habt oder gelassen, also wenn ihr das Prime-Abo noch nicht hier gelassen habt oder noch folgen wollt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wenn ich suche gerade die nächste Frage. Aber vielleicht der Hinweis, solche Fragen hier, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Alle Szenarien, so wer schlägt wen in den Playoffs, ich beantworte gerne alles andere, aber das machen wir echt dann kurz vor den Playoffs. Da machen wir ja auch mal richtig, richtig Preview-Streams hier. Passt mal auf. Passt mal auf. Und Podcast natürlich dann auch. Ich habe letzte Woche gesagt, dass die Warriors ihre Saison, in der nächsten Saison gerade verbessern müssen. Ihr könntest eventuell ein Trait oder ein Szenario zeigen, was das für ein Spieler genau sein soll. Es ist ganz, ganz schwer, finde ich, das ein bisschen vorauszusehen. Also es hängt alles natürlich ab in Golden State von Clay Thompson. Wie kommt er zurück? Wann ist er wieder da? Ich meine, die Verletzung ist ja in der Offseason passiert, die natürlich ein bisschen später oder länger gedauert hat im Sinne von im Jahr weiter hinten als normalerweise. Aber ich denke trotzdem, dass er zum nächsten Jahr dann wieder fit ist. Steht irgendwas bei Clays Namen? Right on schedule. He's out of a walking boot. Hoffen wir mal, dass er zu Saisonbeginn dann fit ist. Ansonsten, da kriege ich vielleicht mal die, ich suche mal nebenbei hier, schnell mal die, auch da mal das Salary Cap und die Situation daraus. Ansonsten ist es halt so, sie haben natürlich nicht wirklich Optionen. Ja, ich habe es ein paar Mal schon gezeigt, dass hier das Geld, was sie da raushauen, ist aber viel zu viel. Also das Free Agent kommt da keiner, der wirklich, wirklich irgendwie komplett helfen kann. Ich nehme mal die Cookies hier an. So. So, dann sehen wir hier die vier Topverdiener. Wir sehen hier Weissman, wir sehen Uber. Hält man Uber, hält man nicht. Das ist so die erste Entscheidung, die man treffen muss. Ist er das Geld wert, was er kostet? Er kostet nicht nur das Geld, was du ihm zahlst, sondern auch die Luxussteuer, die rum draufkommt. Also, ich denke, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich Wiggins plus Wiseman für einen Star. Aber ich weiß nicht, ob das so super sinnvoll ist. Ich meine, wie man es sich schon schönreden kann, ist, dass das andere Team, was den Star abgibt, irgendwie denkt, sie brauchen einen Neuaufbau, der Star will weg, etc. pp. Weil es ist klar, es geht mit dem Star dann nicht weiter. Und dass sie die Idee haben, ey, Wiseman passt bei uns gut rein, mit dem können wir unseren Neuaufbau starten und Wiggins haben wir dann, wenn das im nächsten Sommer passiert, ein Jahr, dieses Jahr 2021, und danach ist er quasi ein auslaufender Vertrag. Also da können wir ihn vielleicht sogar weiter abgeben für ein Team, was Geld sparen will, keine Ahnung. Oder wir sparen selber das Geld. Oder wir reden über einen Buyout, etc. Also das sind Sachen, so könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Jetzt Kelly-Uber-Sign-and-Trade, glaube ich nicht dran, dass das sowas geht. Und hier unten sind wir eh bei Leuten, die nirgendwo Begehrlichkeiten wecken. Also jedenfalls nicht so, dass man sagen könnte, da kriegt man jetzt irgendeinen Borderline-All-Star, den man ja bräuchte, um im Endeffekt dann wirklich einen nächsten Schritt zu machen. Und mit Curry-Thompson, Wiggins-Green, da hätte man schon eine starke Top-Four. Und dann kann man auch überlegen, ey, okay, was ist denn mit Weisman? Macht der vielleicht einen relativ großen Sprung mit einer Summer League, mit einem richtigen Trainingslager und reicht es dann vielleicht, dass man trotzdem in den Playoffs dabei ist? Das, denke ich, kann man schon argumentieren. Nur, es ging, glaube ich, bei der Frage letzte Woche um einen Favoriten-Status und da sehe ich sie einfach nicht mit dem, was sie da jetzt haben. Da sehe ich auch keine, danke fürs Folgen, Hornsinn, habe ich es schon gesagt, ich weiß gar nicht, und danke CK fürs Abo. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Weisman diesen riesigen Sprung macht, den er bräuchte, damit diese Truppe halt da wirklich auf ein neues, neues Level kommt. Nimmst du eigentlich auch mal Abstand vom Basketball oder bist du 24-7, 365 dran? Ich nehme zu wenig Abstand, das, glaube ich, muss man schon sagen. Gerade jetzt, so zuletzt, in den letzten Wochen und Monaten, muss man, ist es halt so, dass ich ehrlicherweise auch weiß, ich mache da zu viel. Also gerade jetzt, letzten beiden Wochenenden, war ich ja wieder beide Wochenenden in München, habe da halt kommentiert. Und dann, wenn ich dann da binnen im Hotel sitze, was soll ich sonst machen, mich am Bahnhof setzen, dann arbeite ich natürlich auch, ob es jetzt Pfeife ist oder Podcasts, vorbereiten, Konzepte schreiben und so. Und da merke ich schon, dass Sachen einfach zu kurz kommen gerade. Und ich überlege wirklich, ob ich irgendwie nochmal vor der, vor dem Playoff, so lange ist es natürlich nochmal richtig hart, ob man da vielleicht nochmal eine Woche Abstand nimmt irgendwo. Wir haben sogar einen Camper gemietet, meine Frau und ich, mal gucken, ob wir irgendwo hinfahren können damit, dass wir dann die Woche vom Play-In-Tournament haben. Momentan ist es halt auch so ein bisschen, alternativlos, denn ich weiß, dass es ein Job ist, der auch schnell vorbei sein kann. Wie gesagt, wenn mal, keine Ahnung, du, was weiß ich, wenn irgendwer dann nicht mehr an Print glaubt und dann geht Pfeife vielleicht den Bach runter oder, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen wird man nicht mehr gebucht für Spiele oder Leute hören den Podcast nicht mehr, dann ist es halt als Freiberuf vielleicht schwer und deswegen muss man einfach das Eisen schmieden, solange es heiß ist und das versuche ich, aber ja, also es stimmt schon, dass ich auch Gedanken darüber gemacht habe, zuletzt, wann ich da ein bisschen mehr Abstand gewinnen kann. Mal unabhängig von Free Agents und Trades, welchem diesjährigen Nicht-Playoff-Team traust du nächstes Jahr den großen Entwicklungsschritt basieren auf dem aktuellen Kader zu? Ich glaube, ein Team haben wir heute schon genannt. Gucken wir mal auf die Tabelle. Das ist nicht die Tabelle. Das ist die Tabelle. Und zwar, ich muss mal ein bisschen runterscrollen, jetzt kann ich das, obwohl, ich glaube, lassen wir auf eine andere Tabelle gucken, weil die finde ich irgendwie auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Lass mal auf die Tabelle bei ESPN schauen, weil die finde ich eigentlich ganz so cool, wenn es denn aufläuft, ja, weil die noch so ein paar andere, wenn man das jetzt auf Expanded Stats drückt hier, dann sieht man noch ein paar, Alter, ich muss echt mal eine andere Idee machen mit der Kamera hier. So, und dann haben wir jetzt hier die Tabelle. jetzt sieht man auch ein bisschen was, dann sieht man hier, Punkte, drei Punkte, Spiele, zehn Punkte Spiele, Spiele gegen Teams, die die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben oder nicht, Overtime-Siege, das finde ich ein bisschen instanter, die Tabelle. So, jetzt haben wir auf Lottery gesprochen, also würde ich einfach nur die Teams nehmen, die wirklich unter dem Strich, also ab Platz 11 momentan rangieren. Wenn ich da jetzt ein Power-Ranking machen sollte von Teams, die ich denke, die nächstes Jahr den größten Sprung machen, dann würde ich an Nummer 1 ehrlicherweise die Timberwurfs setzen, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Ich klammer jetzt hier mal Draft mit aus, weitgehend, weil wir einfach nicht wissen, wer wann zieht und Free Agency, weil keiner weiß, wer da irgendwie in einen großartigen Coup landen kann, sondern nur jetzt, du sagst, Stand heute, eine Welt, wo wir spielen, aber basketball weiter, immer eine Pause, nachspielen weiter, es kommt kein Neuer dazu, kein anderer geht weg. Das ist natürlich irgendwie unrealistisch, aber so kann ich die Frage nur beantworten. So, dann würde ich sagen, Timberwurfs sind das Team, die dann mit Gesundheit, die haben zwei All-Stars in Russell und Towns, gut, Russell nur ein einziges Mal, also auf Towns war zweimal, aber das ist eine Foundation, die haben AdWords, der wird einen Sprung nach vorne machen und das sehe ich schon als gute Achse, zumindest offensiv. An zwei würde ich wahrscheinlich New Orleans an zwei setzen, weil ich denke, Zion Williamson hat jetzt nochmal ein Jahr, quasi sein erstes komplettes Jahr, jetzt haben wir durchgespielt, es gibt auch ein besseres Verständnis, wie er und Brent Ingram zusammenarbeiten, die Frage ist, wen kriegen die dazu, aber allein, dass Williamson sicherlich einen Sprung machen wird, das macht mir schon große Hoffnung, er und Ingram und dann der Rest fügt sich sicherlich dann irgendwie. Danach fände ich, wird es aber schwer. Ich glaube nicht an die Kings, ich glaube nicht an die Thunder, die Thunder sind ein paar Jahre entfernt davon und Houston wird heute den großen Turnaround schaffen. Von daher bin ich jetzt im Osten und da kann ich schon mir vorstellen, dass Chicago das ein bisschen besser macht. Das war jetzt ein großer Trade für Vucevic und sie mussten jetzt einarbeiten. Klar, als Bigman ist es ein bisschen leichter, wenn sie jetzt einen Point Guard einarbeiten musst oder so, aber ich denke, wenn sich da die Markkahn-Problematik löst, dann würde ich die noch nennen und danach ist es ein bisschen Crapshoot. Die Raptors sind sicherlich besser, da weiß ich aber nicht, was mit Kyle Lowry ist und hier die drei, denke ich. Ich meine, der Orlando Cut hat noch eine Chance, vielleicht sogar an Platz drei auf den Powerlicking zu kommen, wenn Fultz 100% ist, wenn Isaac 100% ist, aber das ist dann so eine junge Truppe trotzdem. Also ganz vorneweg die Timberwolves, das würde ich unterschreiben, wobei der ganze Rest ist ein bisschen schwierig. Ben Simmons ist vorne dabei mit dem Defender Player, das stimmt. Ja, das ist ein Punkt, den wir auch schon ein paar Mal gemacht haben. Ich denke, Embiid ist sicherlich der wichtige Verteidiger, auch wenn es so ist, dass Simmons natürlich vielseitiger ist. Niff Simmons übernimmt verschiedenste Positionen, eine Topspieler, verjedlicher Couleur, was man jetzt bei Embiid ja nicht unbedingt so sieht. Von daher kann ich durchaus verstehen, dass man da auch sagt, ja gut, der mag nicht der Einflussreichere Verteidiger sein, aber der Beste, weil er eben mehr Leute verteidigen kann. Ist da so ein bisschen Haarspalterei, aber ich glaube auch, dass, wie sagt man, Goberda keinen Weg vorbeiführt. Aber jetzt nur, weil Embiid das auch sehr, sehr gut macht, ihm das nicht zu geben, das fände ich dann auch schwierig. Was denkst du über Demet trotz des Ausfalls von Murray in den Playoffs drin? Denn die spielbare Campazzo führt gerade gut Regie und Dozier hat Goring Last übernommen. MPJ liefert einen Quotenrekord nach dem Up und Gordon ist voll im System integriert. Das macht sich etwas Glück, das Conference Final drin. Ja, ja, also durchaus. Das ist, ja, ist durchaus so. Die Frage ist so ein bisschen, auch da können wir nochmal hier auf die Tabelle schauen, sicher ist noch eine Menge Basketball zu spielen, aber, wenn wir zum Beispiel sehen, vier gegen fünf. Jo, das ist kein Matchup, was ich den Nuggets wünsche, wenn LeBron halbwegs fit ist, wenn AD dabei ist. Und AD ist jetzt mittlerweile dabei. wünsche ich Ihnen ein Matchup gegen die Mavs, was ich nicht glaube, was geht, weil ich denke, dass hier eigentlich die, ich will nicht sagen, die Messe ist schon komplett gelesen, so eine Menge Basketball zu spielen, aber hier zweieinhalb Siege, da sind es vier, hier sind es zwei und die Clippers sind gut unterwegs, trotz der Ausfälle. Ich denke, dass es zumindest eins und obwohl, hier oben kann sich einiges tun, aber ich glaube, die drei sind so weit fest, die werden da nicht reingrätschen können, die Nuggets. Und ich denke, dass vier und fünf eigentlich auch schon wieder sicher sind und dann kommt es auch an, was hier unten passiert halt. Ich glaube, ich denke nach wie vor, dass Kampazzo nicht, dass es schwierig sein wird in den Playoffs. Ich denke, dass MPJ auch Probleme in den Playoffs bekommen wird. Die Lage sind aber natürlich trotzdem sehr, sehr gut, auch offensiv sehr, sehr gut. Ich frage mich nur so ein bisschen, wer übernimmt dann so das Scoring, wenn wirklich die Defense sich voll eingeschossen hat, kann das dann Jokic sein? Vergangenes Jahr war es eben Murray. Ich sehe da jetzt auch, ob es ein Monte Morris ist oder ein Doji oder so, es ist kein, der das so spielen kann. Da müsste schon wirklich ein vollkommen überraschender Sprung jetzt halt kommen, dass entweder Jokic echt zu seinen inneren Hakim entdeckt und er da einfach im Lowpost vollkommen amag läuft und die Dreier alle treffen, was gut sein kann. Dreier werfen sehr gut. Oder dass Michael Pollard Junior auf einmal zu einem super effizienten, noch effizienteren Spieler wird, der einfach auch ein Spiel an sich reißen kann und hinten nicht total alles herschenkt. Ich bin gespannt. Conference Finals sehe ich, sind drin, gar keine Frage. Danke, Bateube, für das Abo. Aber ich habe da echt mehr Fragen Richtung Conference Finals als bei Utah, den Clippers oder den Lakers. Bei den Suns und Nuggets habe ich schon Fragen. Ich traue es ihnen zu, aber ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Und ich glaube, ich finde hier, habe ich hier Michael und Ferdinando übersehen. Danke für die Subs, bitte. Danke, danke. Ja. Nächste Frage. Der Rosen zu den Mavs. Ich habe das ein paar Mal schon mal gesagt und habe mich dann bei mir selber ertappt, dass ich sagte, ja, das ist eigentlich das Blödsinn. Weil er ist jetzt ja nicht der große Dreierschütze. Hat natürlich dieses Jahr, ich glaube, er hat dieses Jahr so viele 10 Assistspieler aufgelegt wie in seiner ganzen Karriere zusammen. Allerdings wäre das ja nicht die Rolle, die er dann neben Luca Doncic hätte. Da ist es dann schon schwer, wenn du keinen Dreierschütz bist. Auf der anderen Seite, was wäre denn mal wirklich einer da wäre, der als sekundärer Playmaker auch Doncic entlasten kann? Irgendwie lässt mich der Gedanke auch nicht los, wenn ich ehrlich bin. Na, 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 Batman. Habe ich alle verpasst? Wo gucke ich den derzeit hin? Golden State habe ich schon beantwortet. Ich fällt ehrlich gesagt keiner ein. Blablabla. Life Coach. Ich bräuchte vielleicht erstmal selber einen Life Coach. Grand Hill für Ben Wallace war so ein Doppelsignfeld. War der? Okay, aber das kann aber sein, dass es nicht mehr geht, weil es gab da vor ein paar Jahren Sign-and-Trade-mäßig, da wurde was neu justiert für Teams, die vom Salary Cap legen. Aber wie gesagt, da müsst ihr vom Marsch da auch nochmal reintauchen. Überraschen mich die Life Coach? Nö, eigentlich gesagt nicht. Ich denke, die Grizzlies sind eine Truppe, die genau da stehen, wo man sie erwartet hat. Also in diesem Cluster des Play-in-Tournaments. Vergangenes Jahr waren sie ja auch ungefähr da. Man muss aber sagen, dass es durch die Liga besser geworden ist. Wir haben jetzt ganz, ganz lange auf Jaron Jackson Jr. verzichtet, der jetzt ja gerade zurückgekehrt ist. In der Zeit haben sich die Youngster, die dazukommen, sind gerade auch die Draftpicks extrem gemacht. von daher, nö, das ist ein richtig geiles Team, was ich wirklich gerne zuschaue. Und wo zuletzt noch mal die Frage kam, wo gesagt wurde, ja, aber der ist nicht vielleicht ein bisschen enttäuschend? Nein, Mann, das ist ein Null enttäuschend. Die sind halt richtig gut unterwegs und das ist echt eine gute Truppe und ich gucke denen unglaublich gerne auch zu. Von daher, nee, die sind super. Bübchen habe ich auch vergessen. Alter, Jungs, sorry. Nicht böse sein, wenn ich irgendwie das übersehe. Ab und zu gucke ich einfach hier, glaube ich, auf die Website oder ich gucke einfach in die Kamera und dann sehe ich, perisferes Sehen ist nicht mehr so wie früher. Jackson Hayes ist Javel, wenn es gut kommt. Ja, ja, ungefähr. Also ich traue mich schon noch ein bisschen mehr zu, aber nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Vor allem Javel begeht er echt auf einen überragenden Turnaround geschafft von einem relativ guten Stats-Spieler, der aber unseriös war, dann durch ein tiefes Tal gegangen ist und dann bei den Warriors wirklich angefangen hat, sehr seriöden Basketball zu spielen, das zu machen, was er kann und einfach auch in ein, zwei Finals einfach echt eine richtig geile Rolle gespielt hat. Schreibt mal jemand TAS.com, ja, das zum Beispiel auch. Es gibt ja, es gibt aber noch einige, ich bin noch nicht mehr so drin in diesem NBA Merchandise Game, also ich kann euch immer nur empfehlen, das wäre mal dann, das wäre mal eine Folge, wenn ich mal wieder in den USA fliege. Wir haben das auch mal gemacht bei bei Getting Buckets. Damals haben wir so einen Shopping-Ratgeber gedreht, Kuro und ich, in Outlet Mall in San Francisco und ich kann euch nur empfehlen, also wenn ihr mal drüben seid, wenn das wieder geht, es gibt auch in Deutschland mittlerweile diese Nike Clearance Stores, ich glaube einen in Köln und einen in Magdeburg, wo so Rückläufer hinkommen, Einzelpaare, die zurückgegeben werden und so und da kann man einfach echt so geile Deals schießen, auch eben original. Nächstes Mal ziehe ich mal, wenn ich so denke, ich habe so ein Hoodie von den Spurs, den es für meine Begriffe gar nicht zu kaufen gibt, aber halt wirklich so ein Player-Issued-Hoodie wo ich Glück hatte, dass der in XXL ist, was witzig ist halt, wenn ihr diese Clearance Stores fahrt und die sind in der Nähe von der NBA-Stadt und in der Regel ist das ja genau, wo ich mich aufhalte in den USA und ich weiß nicht, an dem Tag sind wir halt von Dallas mit einem Podcast-Trip runtergefahren nach San Antonio, ne nach Houston, nach Houston, ich habe dem Busfahrer gesagt, bis aufhören, wir sind so weit vor Schedule hier, so oder zwei Stunden um die Halle rumlaufen, fahren doch bitte einmal hier zu dem Nike Clearance Store und dann sind wir da halt rein und in der Regel gibt es dann halt nicht die Klamotten von dem Team in der Stadt, natürlich das will man ja bei Nike, was die vielleicht auch im richtigen Nike Store dann kaufen, im Outlet und so, sondern diesen Clearance Stores, die auch in der Regel nicht ein Outlet sind, sondern so, manchmal auch ganz alleine, so wie der, da haben die dann halt Dallas-Geschichten oder Dirk, äh, nicht Dirk, ist richtig, oder San Antonio in dem Fall und das war halt so krass, ich habe diesen, diesen Double XL Sweater geholt, mit so einem, mit so einem queren, ähm, Reißverschluss, Fettspurs aufgenäht, ähm, war das 2020, kann gut sein, ja, äh, und dann das Geile, hatte ich auch so einen Long Sleeve, echt, zumindest ganz langen Ärmeln bis hier, auch von den Spurs, eigentlich so, also wirklich Player-issued-Warm-Up-Sachen und die kosten irgendwie 20 Dollar, ne, und, ähm, das Problem ist nur, das super oft, weil es eben Player-issued-Sachen sind, die halt so in 3XLT kommen, also ich habe zum Beispiel mir auch in Dallas mal an, da haben die mal die Sachen wirklich im American Airlines Center verkauft, also am Ende der Saison, äh, habe ich mir dann halt wirklich mal so eine Warm-Up-Pose zum Aufreißen geholt, damals von Adidas, aber die war irgendwie, ich glaube, die war auch 3XLT und die geht bei mir halt einmal unten so um den Knöchel rum und ich kann die nur anziehen, wenn ich Schlappen anziehe, weil sonst fliege ich jetzt mal auf die Fresse, ähm, auf jeden Fall, äh, da freue ich mich auch so wieder, wenn das wieder losgeht, dass wir da echt, ähm, das ist auch wieder, ich meine, ich bin einfach auch so ein Shopping-Opfer in dem Fall, leider, so fehlt mir das gar nicht so ehrlich gesagt, aber dieses Stöbern in diesen, ich meine, ich war ja so krank, also ich habe zum ersten Mal diesen, jetzt rede ich nur über Shopping, aber egal, ich habe ja zum ersten Mal diesen Clearance-Store erlebt, eben in, in Oakland, weil bei den NBA Finals damals beim ersten Mal mit den Warriors war ich ja, ich war bei allen vor Ort, aber, nee, beim letzten glaube ich nicht, jedenfalls hatten die halt, da war halt ein Kilometer von meinem Hotel an der Halle entfernt, war halt so ein Clearance-Store und ich habe das nur gegoogelt, so, ach, hier ist Nike, gut, da fahre ich mal hin, da bin ich schon gewundert, das ist eine super schäbige Gegend, warum ist hier Nike? Und dann war das so ein Clearance-Store und ich war da morgens um 10, ey, und da standen halt 10, 15 Leute vor der Tür und die haben mich schon gewundert, so, hä? viele Asiaten, Afroamerikaner, alle hatten so krasse Schuhe an, ich sage, ey, was machen die denn alle hier so früh, das ist doch so ein Outlet-Store, also hier gibt es jetzt ja keinen irgendwie krassen Drop, ne? Und dann war es aber so, ich muss euch das erzählen, kennt ihr die normalen Outlet-Stores wahrscheinlich von Nike, da kommt man rein, dann ist ja an den, dann sind es ja die Regale, wo die Schuhe so draußen dran sind, dann guckt man in die Regale, dann sind die ganzen Schuhe in allen Größen und so, weil da ist aber nicht so, da kommt es an diese Regale und da steht nur, weiß ich, US 13 bis 15, US 11 bis 13 und dann guckst du in die Regale und da sind nur so Kartons einsortiert, die offen sind, damit du die Schuhe sehen kannst, nur Einzelpaare, manchmal natürlich mehr von einer Sorte, aber nur Einzelpaare und das Krasse ist halt, dass wenn du am Wochenende hinkommst, unter der Woche ist immer alles, was da drauf steht, ist das der Preis, aber am Wochenende gibt es immer irgendeinen Sale und da kannst du Glück haben, da kommst du rein und dann ist dann halt alle Schuhe 30% oder ist es auf dem ganzen Einkauf 20%, so. Ey, und da haben wir schon Sachen gemacht, ey, ich hab's jetzt leider nicht direkt hier, aber ich weiß noch, als wir, als ich mit dem Kumpels Mordster Game gefahren bin in L.A. vor ein paar Jahren, da waren wir so eine Woche vorher, haben wir noch ein bisschen was gemacht, gearbeitet, bisschen rumgefahren und wir sind gelandet und ich so, da komm Harry, bevor wir jetzt hier irgendwie schlafen gehen, wir fahren direkt hier ins Nike Outlet Store, äh, Nike Clearance Store, im L.A. gibt's auch einen und da kam wieder an und da war halt dann wirklich 50% auf alle Schuhe und wir waren keine 5 Stunden in fucking Los Angeles und wir haben ein Foto gemacht auf unserem Mietwagen, wir hatten jeder 5 Paar Schuhe gekauft und es war halt super ekelhaft geil. Deswegen, also allein deswegen müsst ihr echt mal mitkommen das nächste Mal. Ah, ja. Schaffen es die Bulls? Lass sie über Baspa reden. Schaffen die Bulls den Einzug in die Playoffs? Es wird nicht leicht, denke ich, sind jetzt natürlich ein Spiel genau hinter Washington und Washington hat, das kann ich euch mal zeigen hier vielleicht, die haben halt einen echten Vorteil zuletzt gehabt. Ihr seht diese krasse Siegesserie hier, bis es hier aufgehört hat. Ich weiß das, weil ich heute gerade das Preview für die Wizards geschrieben habe, für die Five. Ihr seht hier Niederlage, knappes Ding gegen San Antonio. Hier klare Niederlage gegen Phoenix. Hier noch knapp gegen Toronto. Und diese ganzen Siege, die sie erst wieder reingebracht haben ins Geschäft. Hier, Orlando. Gut, Golden State kann man nicht meckern. Utah kann man nicht meckern. Dann Sacramento, New Orleans, okay. Und dann Detroit, Oklahoma City, Golden State, Oklahoma City, Cleveland. Also sie hatten einfach hier einen krassen Stretch mit billigen Spielen, die sie alle nacheinander weg, wo sie alles rasiert haben. Und dann hatten sie auch ein paar Spiele gewonnen haben, die wichtig waren. Aber so sind sie jetzt wieder im Geschäft. Aber das Krasse ist halt bei Washington, Biel und Westbrook, klar, die sind über jeden Zweifler haben, die machen das Ding. Der drittbeste Score ist das ganze Jahr schon nicht mehr dabei. Und er hat sich an Kreuzbunders geholt, Thomas Bryant. Hachimura, seht das kein Dreier-Schütze, defensiv mittlerweile besser, als man denkt, aber Bertans, ihr seht das hier, wird der erste Spieler sein, der zehn Punkte auflegt, ohne auch nur einen einzigen Wurf im Schnitt aus dem Zweier-Bereich zu nehmen. Da seht ihr, eine Siebeneinhalb-Dreier-Schütze, eine Siebeneinhalb-Dreier-Schütze, eine Achteinhalb-Würfe insgesamt. Gafford kam erst später zu, spielt auch selten. Lopez ist auch jetzt gerade verletzt. Raul Neto startet gerade. Also three Guards, Neto, Westbrook und Biel. Len ist der Starting Center. Avdija ist jetzt verletzt. Bis zum Ende der Saison muss er nur Haris. Ish Smith ist der vierte Guard. Chandler Hutcherson spielt gar nicht. Garrison Matthews ist im Moment eine W-D-E-Dreier trifft, aber der, seht ihr das ja hier, 5,7 Punkte. Und der ganze Rest hier unten, der kommt nur rein, wenn es unbedingt sein muss. Leider eben auch Isaac Bonga, obwohl er wahrscheinlich der beste Außenverteidiger von denen ist. Also, das ist schon nicht geil. Und wenn wir jetzt mal gucken, Tankathon, ist das hier nochmal, nee, das war jetzt das Ding, wo natürlich die Strength of Schedule. So, dann sehen wir, Chicago hat das leichteste, oder schwerste Restprogramm von den Jungs, die da mitspielen wollen. Und Washington steht hier. Also, zwei Sachen, die so aufeinanderprallen. Auf der einen Seite sagen wir halt, Washington ist echt nicht gut. Also, es ist nicht zu erwarten, dass die jetzt da alles wegrasieren. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, hey, Chicago hat echt noch ein scheißschweres Restprogramm. Von daher, sie können das natürlich, aber in dem Fall würde ich einfach sagen, das ist 50-50 die Chancen. Da wird, glaube ich, einfach ein bisschen mitentscheidend sein, wäre es vielleicht verletzt. Wie lange ist eigentlich noch? Fällt mir gerade ein, ähm, der gute, äh, Zach Levine mit seinem Covid draußen. Äh, steht noch nix. Ähm, das kommt auch nochmal hinzu. Also, ach, echt, echt schwierig. Ich, ich wage es echt gar nicht zu prognostizieren. Es kann gut sein, dass es im Endeffekt davon abhängt, gegen wen weniger getankt wird oder wo mehr Stars dabei sind halt, ne. Auch hier nochmal, Gravis 2K, Fapsti, das habe ich jetzt gesehen. Aber Gravis 2K habe ich nicht gesehen, dass der abonniert hat. Dankeschön. Danke auch Timo wahrscheinlich, fürs Folgen. Ähm, Was haben wir denn hier? Wie hoch wären deiner Meinung nach die Chancen, dass die Nets ohne The Beat einen Titel holen? Nicht wirklich hoch. Also ich, ich sage es sowieso, für mich, ähm, sind sie nicht der Titelkandidat Nummer 1. Ich habe es am Sonntag auch gesagt und er, ähm, äh, ich, also alles an, was ich glaube im Basketball, dass es halt darauf ankommt, dass du eingespielt bist, dass du zusammen Wiederholungen hattest, dass du Täler durchschritten bist. Ja, dass du, die haben bekannt, man ist Adversity, dass du wirklich äh, du, du hast gespielt, du, es ist nicht hundertprozentig gut gelaufen, es ist schief gelaufen, du findest dich in einem Loch wieder und anstatt auseinander zu reißen als Mannschaft und zusammenzubrechen und jeder macht seinen eigenen Scheiß, findest du halt diese, diese innere Selbstvertrauen und sagst, nein Freunde, jetzt, jetzt gehen wir aber richtig rein und jetzt wird hier rasiert, so, ne, und du arbeitest dich wieder zurück. Das hatten, das hatten die nicht, die Nets. Die hatten sicherlich, ne, in einzelnen Spielen mal, ne, und, aber nicht in der Zusammenstellung, weil ich glaube, sie haben jetzt, ich weiß nicht, ist die Zahl fünf oder, ne, ich glaube sieben, ne, ich glaube sieben Spiele erst gesehen, wo alle drei dabei waren, also Harden, Irving und Durant. Griffin ist immer noch relativ neu, Niklas Klaxon ist gerade verletzt. Und ohne James Harden fehlt eben dann nochmal diese Fulminanz im Angriff, die du glaube ich wirklich brauchst, um das Ding nach Hause zu holen. Auch natürlich gegen richtig gute Konkurrenz dieses Jahr. Von daher, ich kann jetzt keine Prozentzahl heransetzen, ich kann nur sagen, die sind für mich nicht der Favorit, da sehe ich andere Teams vorne. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn ein Team all diese Ehren, Leitsätze, die ich so in meiner Basketball-Kirche als Zuschauerspieler, Fan, Experte, Journalist, wie ihr das nennen wollt, gesammelt habe. Wenn ein Team alles ad absurdum führt, dann wahrscheinlich das Team, weil wir noch nie ein Team hatten, wo drei solche Scorals zusammen gespielt haben. Aber, wie gesagt, ich denke nicht, dass sie das packen. Und ohne James Harden schon mal gar nicht. Wie bekommt man Confidence im Spiel? Wahrscheinlich mein Selbstvertrauen, wo du selber spielst. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich ehrlich bin. Es ist immer Training. Ich habe das an der Sporteschule mal gelernt, wenn man Leuten Basketball beibringt. Man versucht ja so gewisse Grundfähigkeiten. Nehmen wir mal den Korbleger. Wenn ihr Basketball gespielt habt, man fängt ja an, mach mal einen Schritt. Dann fängst du an und sagst mal, hier, werf mal den Ball da oben rein. Aus nächster Nähe. Dann sagt man, okay, mach mal einen Schritt. Und dann wirfst du und springst und wirfst den Ball da rein. Dann machst du zwei Schritte. Dann dribbelst du, machst die Schritte. Und irgendwann dribbelst du mal an, geradeaus machst du die Schritte. Und irgendwann dribbelst du halt auch mal eine Kurve oder ich passe dir den Ball zu und dann machst du Korbleger. So. Und ja, Harden ist verletzt. Schon länger auch. Oberschenkelrückseite. Und worauf ich hinaus will, ist, es gibt dann dieses Prinzip der variablen Verfügbarkeit. Ich kann einen Korbleger können, wenn kein Wind weht, wenn es nicht regnet, wenn der Ball grün ist und ich von rechts andribbeln kann. Das ist nicht variablen Verfügbarkeit. Und ich pappe vielleicht Selbstvertrauen, wenn das alles stimmt und dann kann ich das machen. Aber wenn ich einfach mal von links dribbeln muss, dann steht ein Verteidiger und ich so denke, Alter, das habe ich aber so noch nicht wirklich, das habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich kein Selbstvertrauen. So. Von daher, Training, Wiederholung. Du musst Situationen immer und immer und immer und immer wieder gesehen haben, damit es wirklich, damit es gesundes, gewachsendes Selbstvertrauen gibt. Natürlich gibt es das, was die Amerikaner Irrational Confidence nennen. Ja, also, dass man einfach irrationalerweise denkt, man ist geiler, als man eigentlich ist. Das kann sicherlich auch helfen. Dumm kickt gut, sagt man ja auch. Aber, das ist schon sehr speziell. Du musst natürlich da schon gewisse Skills haben, um dir selber dieses irrationale Selbstvertrauen zu holen. Und sicherlich gibt es auch Leute, ich habe auch Leute zusammen gespielt, die hatten eigentlich nichts drauf und dachten, sie wären super geil. Ich habe die beneidet um dieses Selbstvertrauen. Aber, das holt die natürlich irgendwann immer ein. Von daher, Fundamentals, Skills, Training und dann kommt das Selbstvertrauen von alleine. Und wenn es immer noch nicht da ist, wenn man sich selber noch super viel zweifelt, dann brauchst du vielleicht einen Trainer oder Mitspieler, die sagen, Junge, nimm den Scheiß, nimm den Scheißwurf. Du kannst das. Und dann geht es manchmal Schlag auf Schlag. Habe ich euch hier schon gedankt? Weiß nicht. Ich danke einfach noch allen nochmal, die ich mich vergesse. Danke an Basti, danke an CK, danke an David Backhausen für alles, was ihr getan habt. Oh, und hier, hier sind noch die, hey, hat so einer die aufgelassen? Ich muss mal andere Logos hier einspielen, das ist viel zu klein, kann das sehen. Wucic einzubeziehen, sagt knappen Saison ist schwer. Ich sag mal so, ich sag, es ist schwerer, glaube ich, wenn ein Guard oder jemand, der mit dem Ball viel macht, einen einbauen muss, als so ein Stretch Big Man, aber natürlich blieb halt wenig Zeit. Danke Sanchez. Hoffentlich nicht dirty. Aber natürlich defensiv ist ja nochmal andere Sache. Wie sind deine Prinzipien, etc. pp. Also da muss man schon sagen, das ist dann nicht so leicht. Danke Mera und danke Wuselfloh. Was haben wir denn noch? Mera, ja. Gerade abonniert, aber mal Spaß beiseite. Vielen Dank für den wahnsinnigen Content, ich habe echt viel gelernt und würde sehr unterhalten. Ja, das ist doch schön, das freut mich doch. Deswegen, ich mache das ja nicht, weil ich nicht weiß, was ich abends, ich kann auch noch, wer danzt, so ist es nicht. Also wenn keinem Leuten das Spaß macht, dann hätte ich das sicherlich auch schon ein paar Siege mehr. Ja. Ja, muss man mal sagen, das hat checkt damals aber auch krass übertrieben, wenn man ehrlich ist. Richtig übertrieben. Ah ja, der Markus, der kennt, der war dabei. Vielleicht die Nexttrips, wer das nicht kennt, ich erkläre es vielleicht einmal ganz kurz. Das haben wir angefangen vor, keine Ahnung, schon wieder zehn Jahre, glaube ich her, mit dem Reisbüro, mit dem Karl damals noch, der jetzt leider da aufgehört hat. Also wenn ihr mal eine geile, geile Weinsendung sehen, also nicht den Weinkeller jetzt, der morgen wieder kommt, sondern auf YouTube eine geile Weinsendung. Wie heißen sie denn? Die Wine Guys? Mit Karl Gladeck? Launt sich. Ne, aber Karl damals, der war halt der Typ, der das halt immer so stark gemacht hat, der war im Reisebüro beschäftigt, war aber so eine Reiseagentur. Und das machen wir jetzt aber weiter, wenn Corona vorbei ist. Wir haben dann immer so drei, vier Trips organisiert nach den USA. Ich habe es mal beworben, in meinem Podcast, sonst haben wir es irgendwie nirgendwo großartig rausgehauen. Und dann, ja, dann waren wir immer so, ja, je nachdem, manchmal waren es nur zehn, aber manchmal waren wir es, ich glaube, einmal waren wir über 50 in Dallas halt. Dallas waren wir jedes Jahr. Und immer geil. Also zusammenhin, ich bin der Reiseleiter, außer so eine echt riesige Gruppe, weil dann ist es zu gefährlich, dass ich irgendwie einen Vergessen in irgendeinem Truckstop. Und dann sind wir halt immer zu den Spielen. Also in Dallas, natürlich in Dallas die Spiele geschaut, immer auch Houston gemacht, immer auch San Antonio, immer auch Oklahoma City, weil es alles so in Fahrreichweite ist. Obwohl es immer schon echt schwer war. Ich weiß, vielleicht guckt einer zu gerade, der damals mit dabei war, als wir diesen Overtime-Thriller gesehen haben in San Antonio mit Kyrie und den Cavs, wo, glaube ich, Kyrie macht ja nicht 61 in dem Spiel. und wir da alle aus der Halle kommen, so nachts um halb eins und dann wissen, oh, es war geil, aber wir fahren jetzt noch fünf Stunden nach Hause. Eieiei. Oder wie wir, wir haben über Jahre echt geile Spiele gesehen, auch in Oklahoma City damals. Das Spiel, wo auch Overtime Golden State gewinnt und Curry 11 Dreier schießt und einen vom Logo zum Sieg in Overtime. Da habe ich nicht vergessen, wie dann die Leute alle in den Bus kamen, alle so vollkommen geflasht waren. Das waren schon geile Trips oder früher die Hardcore-Trips, wo wir schon so richtig wilde Dinge, das kann ich nicht mehr machen, da bin ich zu alt für. Da muss irgendjemand Jüngerer übernehmen demnächst. Wo wir irgendwie rübergeflogen sind, in eine Stadt, gelandet, Hotel, Koffer weg, Halle, Spiel gucken, schlafen, nächsten Tag weiter, Flieger, nächste Stadt, gucken, pennen, nächsten Tag Bus, nächste Stadt, irgendwann wusstest du gar nicht mehr, was abgeht. Wir hatten so auch mal Ostküsten, Westküsten Trips sozusagen, also richtig geil, Miami, das war echt immer nice. Wir haben auch schon abends echt mal einen drauf gemacht. Ich kann da gar nicht überreden, da bin ich ja voll nostalgisch, da bin ich ja voll Bock drauf. was haben wir denn noch mit Zoll? Achso, Shopping-mäßig, das geht eigentlich. also klar, ich habe auch schon aufgepasst, musste aufpassen, was das Shopping angeht, das ging aber meistens darum, wenn ich mir drüben im iPad oder sowas geholt habe, aber dann habe ich so einfach immer ins Handgepäck genommen, Flav, dich aber schnell überzeugt. Und dann irgendwie hat auch keiner was gesagt, sonst normale Klamotten. Ich habe jetzt auch nie, ich meine, ich bin zu alt, nur um die Trikots zu kaufen, keine Ahnung, 300 Dollar-Dinger oder sowas, habe ich nie gemacht, so ein Bildschirm, das auch nicht. Das Jordan-Ding da hinten ist auch das von Nike, was glaube ich vor zwei Jahren, drei Jahren mal rauskam für 100. Das ist also auch nicht dieses ganz teure Zeug. Und ja, das hat eigentlich nie, ich habe auch meist die Sachen direkt angezogen, dementsprechend hatten die auch ein gewisses Aroma, von daher nie einer was da. Einmal glaube ich, das Zoll muss ich mal aufmachen, aber da hat wirklich keiner was gesagt. Wie viel besser Chris Paul wäre, wenn er 1,90 Meter wäre? Zwei Meter, weiß nicht, ob ihm das nicht wirklich schaden würde, wie du hier auch schreibst schon. 1,90 würde auf jeden Fall sehr helfen. Ich glaube, er hätte sicherlich einen ähnlichen Körperbauern noch. Also er ist ja mehr diesen, man kann ja nennen das Stocky, also wenn du so ein bisschen dickere Kiste hast, ein bisschen dickere Beine und so ein bisschen über die Masse trotzdem kommst. Das ist er ja, bei zwei Meter kann ich mir das schlecht vorstellen. Bei 1,90 aber durchaus. Und da glaube ich, würde es ihm schon helfen, dass er ein bisschen leichter oben drüber schießen könnte. Ich glaube, in den letzten Jahren, wenn man mal so gesehen hat, wenn er Probleme hatte in den Playoffs, dann waren es dann meistens auch mit Verteidigern, die ihm das dann halt dann doch so schwer gemacht haben, dass er da nicht ohne Probleme oben drüber werfen konnte. Spiele ich Dunkist? Das ist, glaube ich, ein Fantasy-Game. Aber ihr wisst, wenn ich das sage, dass ich das nicht wirklich weiß, dann spiele ich es nicht. Ich sage, ich spiele eine Fantasy-League mit ein paar Kollegen und ein paar Jungs, die ich nur über die Fantasy-League kenne, so eine Keeper-League seit ein paar Jahren, aber das läuft bei mir so reudig, weil ich da keine Zeit für habe, das jeden Tag neu aufzustellen. Das ist ein bisschen peinlich. Ich bin eher der Typ, der dann unsere Spiele verliert, weil er einfach zwei Tage nicht aufgestellt hat. Sind die Moves der Magic ein reiner Ausverkauf oder ein ernstes Rebuild? Natürlich ist das ein Rebuild. Sie haben Isaac, Sie haben Fultz, Sie haben jetzt auch Wendell Carter Jr., muss man auch ganz klar so sagen. Das sind der junge Leute. Ich kann auch hier vielleicht mal den Kader aufrufen, schnell mal nebenbei. Und man muss doch auch da so ein bisschen schauen, da ist auch eine Händung, wo die eigentlich herkommen, also mit ihrer Taktik, wie sie das da spielen. Denn, sehen wir hier, das Alter können wir am besten hier sehen. Wo ist das? Punkte pro Spiel? Da. Nein. Wenn da andersrum. So, wir sehen ja. Wutsch ist weg, der ist 30 gewesen, von je ist weg, 28. Gordon ist 25. Terrence Ross, der letzte Mohikana, hat 29. Wenn wir die jetzt mal rausnehmen, dann sehen wir hier, Wendell Carter, 21. Gary Harris, ne, fällt raus. Teil des Traits. Cole Anthony, 20. Markel Fultz, 22. Carter Williams ist auch nicht mehr Teil der Planung. Dwayne Bacon, 25. Schuma Okike, 22. Ennis fällt raus. RJ Hampton ist 19. Otto Porter fällt raus, der läuft zum Vertrag aus. Famino machen wir nicht. Cambridge nicht. Jason Randall nicht. Sondern dann sind wir hier schon bei Bamba, 22. Von mir ist auch noch gerne Dante Hall. Und jetzt natürlich auch Moritz Wagner, der gestern 23 geworden ist, glaube ich. So. Sprich, das ist eine super junge Truppe, wo, ihr seht ja den Namen der Verletzten, ja. Vor allem natürlich die beiden, ja, die einfach fehlen. So. Und das war dieses Jahr anders geplant. Da haben wir die Playoffs geplant, alles. Aber dass man einen Neuaufbau machen würde, wenn nicht in der Saison, dann halt vielleicht in der Offseason jetzt, das war eigentlich relativ klar. Weil, ne, Spieler jetzt, hier vor allem Vucevic, der ja noch bis Vertrag hat, natürlich, die werden jetzt aber langsam zu alt, um halt auf die anderen Jungs hier, natürlich Kata jetzt nicht, weil er schon weg, weil er schon da war, aber hier die Jungs, so zu warten. Und was mache ich damit, wenn ich sage, wir müssen wissen, wo die Magic herkommen? Wir müssen uns mal hingucken, vielleicht am besten mal auf die Draft von der Magic, von den Magic. Und zwar, wo haben wir in Orlando, hier. Also die Magic, wenn wir ganz weit nach hinten hingehen, dann sehen wir natürlich das Jahr, wo für sie, gleich haben wir Chris Webber und so, aber das Jahr, wo für sie dann quasi alles begann, ist hier. 2004, sie holen Dwight Howard, bumm, dann die Jahre drauf, ja, Fran Vasquez ist ein bisschen so ein Desaster, der kommt ja nie in die NBA, das ist ein bisschen schlecht gelaufen, aber sie holen zum Beispiel JJ Reddick, der das sehr, sehr gut macht, sie holen Courtney Lee, erreichen dann auch die Finals 2009, so. Man ist oben mit dabei, das läuft gut, ne, man hat dann, versucht wirklich dann oben ranzugehen, so, aber dann kommt es halt zu dieser Geschichte, dass Stan Van Gundy, der Coach, und ein Dwight Howard, der sicherlich nicht die Reife hatte, die er heute eventuell hat, ich will jetzt mal noch ein bisschen Abrede stellen, aber das ist im ganzen, in seinem ganzen Leben, war doch schon Reif, es ist Basperisch, sicherlich ist eine Reife eingetreten und dann kommt es eben 2012 in diesem Trade hier. Und da stehen jetzt viele, viele Namen, viele, viele, ne, alles was ihr wissen müsst, ist im Endeffekt, ähm, wo haben wir ihn denn, blablabla, 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 dass Philly, genau, hier, Nikola Vucevic, schickt. Also das ist der, der kommt für, ähm, unter anderem, aber im Endeffekt ist der der wichtigste Spieler, der kommt in diesem Deal für, ähm, Dwight Howard. Danach haben sie halt dann auch Draftpicks, es gibt auch Draftpicks in diesem Deal, ne, man denkt sich, okay, ja gut, da haben sie jetzt einen guten, soliden Center bekommen und dann gehen sie jetzt hin, jetzt draften sie bestimmt den nächsten Franchise-Player, so. Und dann muss man aber sagen, dann haben sie hier den zweiten Pick in einer Draft, wo, naja, da war nicht viel zu holen, ne, 2013. Gucken wir mal, Anthony Bennett ist dann Nummer 1, ja, kann man froh sein, dass man den nicht geholt hat. Oder Porter haben sie jetzt ja witzigerweise, aber das war auch nicht der große Schlag. So, ich weiß nicht, vergesse ich hier noch irgendwen, guck mal, Windchers, Ja, Gobert und Antetokumpo, aber die haben ja alle verpasst, so, ne. Sprich, in dem Jahr, wo sie halt früh draften können, ist nix los. Dann, an Nummer 4, 2014, holen sie Aaron Gordon. Okay. Man sieht dahinter, auch jetzt auf den ersten Blick, jetzt nicht so die Namen, wo man denkt, da haben sie großartig Blödsinn gemacht. Gucken Sie mal die Windchers an, weil es immer so die beste Schliste ist, um zu sehen, was so ein Spieler geleistet hat. Und da sehen wir natürlich, Vujokic, Capella, Embiid, der war schon back, sorry. Also, vor allem die beiden, aber auch da, A braucht einen kleinen Center, sie hat einen Vucevic, B, bei Vujokic wusste niemand wirklich, was daraus wird. Randall, okay, aber hier sieht man auch so, ja, so richtig daneben gegriffen, haben sie auch nicht. Es war einfach ein Jahr, wo man, wenn man früh gezogen hat, auch so ein bisschen in die Arschkarte gezogen hat. Dann sind sie fünfter, 2015 sind sie dran. Und wir sehen hier, ne, Catgate-Wecker Nummer 1, Russell, jetzt spielen sie zusammen. Okafor war eine ziemliche Pleite, Paul Singes in New York, eigentlich auch eine Pleite im Endeffekt, aber natürlich insgesamt, guter Spieler. Dann holen sie hier Sonja, gucken wir mal, wo der hier landet. Ja, nicht so wirklich weit vorne, hätte Miles Turner haben können, aber man hat ja einen Center. Willi Calle Stein, ja, brauchen wir nicht. Also, dass der hier schon steht, das zeigt auch, wie dieser Jage eigentlich, wie schlecht der war. Bucca hätte man ziehen können, ja, da muss man sagen, das hat man vielleicht verpasst. Und sonst, ja, ist hier auch nicht wirklich viel. Fakt ist aber, an diesen, in den Jahren, wo sie wirklich, diese drei Jahre, wo sie vorne mit dabei waren, ja, läuft es halt nicht. Da ist hier der Trade dann für, woher ist das denn nochmal? Ist das ein Trade für, für Oladipo? Warte mal kurz. Ähm, Sabonis, ah ja, no, Serge Ibaka, was glaube ich auch nicht wirklich die beste Idee war. Aber, ne, diese, diese drei Drafts, die haben sie im Endeffekt, ich will nicht sagen, kaputt gemacht, aber sie haben halt, wenn diese Zeit nach, äh, Dwight Howard, wo man eigentlich denkt, okay, wenn du so einen Spieler abgibst, dann draftest du dich wieder nach oben. genau in den Jahren, wo sie es hätten tun können, lief es halt nicht. Jetzt haben sie ein paar Leute zugeholt, die gut sind, jetzt versuchen sie so einen warmen Rebuild, finde ich gar nicht so schlecht, weil, Mittelmaß, sagt, ein bisschen komisch, und, das Ding ist einfach auch, ich glaube, Vucevic wollte auch jetzt vielleicht wirklich um die Playoffs mitspielen, und der wusste halt auch, dass es da nicht weitergeht, und Gordon, ich glaube, Gordon ist in Denver viel besser aufgehoben, auch von der Leistung her und so, als, als er das bei denen ist. So, blablabla, ein Exkurs in die BBL, Exkurs. Ich gucke wenig bis gar nicht leider dieses Jahr, aber Hamburg ist mir nicht verborgen geblieben. Freue mich total für jemanden wie Justus Hollatz, den sehe ich gerne spielen, wenn ich da zuschaue. Von daher, ja, das ist gut, was die machen. Ist auch ein geiles Projekt, Marvel will be ja nicht irgendwie da mit den großen Geldgebern rangekommen und gesagt, so hier, wir machen einfach auf, stampfen das aus dem Boden, und der HSV steht dahinter, so und hat das halt einfach, es ist ja gewachsen, aus breitem Sport, aus, aus, aus ein bisschen, aus sozialem Hintergrund. Ich finde es richtig gut. Und es ist eine geile Halle, finde ich. Auch wenn da wie kein WLAN war, letztes Mal das Jahr, und kein Laden. Also kein Laden im Sinne von, äh, kein LTE, meine ich. Hm, 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 2000er hat L.A., wenn noch ein wenig älter, zum Glück funktioniert, obwohl ich Malone den Titel mehr gegründet hätte, als Harden, da, 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 Basel war schon immer ein Superstarsport. Ich habe letztens, am Samstag habe ich einen Fragenpodcast, Sanchez, dich habe ich auch überzeugt, danke, ähm, wie lange drüber gesprochen. Baselball ist der eine Sport, wo ein einzelner Mann, oder Frau, je nachdem, ob wir WNBA oder NBA reden, äh, so viel Einfluss nehmen kann, wie in keinen anderen Mannschaftssport. Also weder Eishockey, Football, eventuell ein Quarterback im Football, aber selbst dann, wenn keiner da ist, der die Bälle fängt, die du wirfst, dann wird es auch schwer. Aber auch im Fußball, ne, du kannst Messi haben, kein Problem, aber wenn du die Abwehr von Schalke hast, wirst du schon ja auch trotzdem absteigen. So, von daher, ne, das ist schon immer ein Superstarsport gewesen, muss man ganz klar sagen. Wie stehe ich dazu, dass der DFB-Präsident Keller seinen Vizekoch mit einem Nazi-Richter verglichen hat? Ich sag mal so, mir will ja mal nichts wirklich in den Sinn, ich bin ja auch jemand, der vielleicht relativ mal ein relativ loses Mundwerk hat, aber sobald man irgendwas in den Mund nimmt, was mit Nazis zu tun hat, und vor allem irgendwie in einem Vergleich, und das, denke ich, war sicherlich auch keine Aussage, die voll im Affekt getätigt wurde, dann würde ich eigentlich davon ausgehen wollen, dass man schlauer ist, als irgendwas mit irgendwem aus der Nazi-Zeit zu vergleichen, es sei denn, es gibt irgendwelche Gräueltaten, von daher, das war nicht wirklich intelligent, allerdings, vielleicht passt das auch so ein bisschen ins Bild, keine Ahnung, da habe ich auch zu wenig drin im Thema. Warzone-Stream, ja, ich hoffe, er kommt, ich hoffe, er kommt, es war jetzt leider ein bisschen schwierig mit der Planung, halt dann aber am besten, ich weiß nicht, kann man eigentlich auch hier so eine Glocke aktivieren bei YouTube, das sagen irgendwie alle YouTuber immer, Glocke aktivieren, wenn man unterrichtet wird, wenn man nicht live geht, macht das mal, kann gut sein, dass es passiert demnächst. Der eine von uns aus unserem Squad ist aber gerade Vater geworden, deswegen ist der jetzt raus gewesen erstmal, deswegen haben wir doch relativ wenig gezockt, aber am Wochenende im Hotel, wenn ich ja keine Kamera dabei habe, dann fand ich es auch ein bisschen blöde, habe ich auch nicht viel gespielt, weil das war so ein kleiner Fernseher, da konnte ich, sorry, da war ich in so einem Hotel, da war der Fernseher so klein, kleiner als mein Bildschirm, da hing der an der Wand, aber das war quasi vorm Bett, aber auch zu weit vorm Bett weg und dann habe ich mich da immer so drauf gesetzt und dann habe ich so den Nacken wie getan, ich bin zu alt für so eine Geschichte, ich brauche richtig Platz für einen Stuhl, ich muss andere Hotels buchen, glaube ich. Wenn ich die Contrake einschätzen würde, den Dennis bekommt, ich glaube nicht, dass der unglaublich viel höher sein wird, das, was er ausgeschlagen hat. Zuletzt ging es richtig durchs Dach bei ihm, wir haben ja quasi den Podcast gemacht, Julius und ich am Donnerstag und danach hat er voll abgeliefert, auch davor schon von der Dreilinie besser getroffen, aber die Eins ist eine schwierige Position, da sind nicht viele Planstellen offen und ich meine die Gefahr, was die Lakers sagen, naja Dennis, also wir haben ja 4,84 gesagt, 4,90 und er dann denkt, höre ich mir andere Sachen andere an und die anderen Teams sagen so, ja, 3,60, also er kriegt vielleicht schlechtere Angebote als von den Lakers, von den Teams, die, wie gesagt, dann auch Geld haben, weil er vielleicht auch erstmal warten will, sich erstmal alles anhören will und was ist denn dann, wenn die Lakers dann merken, oh, der schreibt dann nirgendwo, achso Dennis, 4,84, wir sind eigentlich mehr so jetzt auf 3,54, dachten wir jetzt eigentlich so läuft es hinaus, das kann natürlich passieren, ich sage dir, dass das passiert, ich denke, er hat einen großen Wert für die Lakers, aber es ist eben auch ein Business und man kann solche Sachen natürlich auch so ein bisschen verpokern, von daher, ich bin gespannt, also ich finde es gut, dass er sich selber wettet, aber es gibt ihm auch ein Risiko. Wo lande ich am liebsten in Verdansk? Bisher, also auf der alten Karte, was ja irrelevant ist, immer am westlichen Ende von Promenade East, da ist so eine Bank und ein gelbes Haus gewesen, das gelbe Haus ist jetzt ja weg, von daher weiß ich nicht, ob wir jetzt immer noch da landen werden, wenn wir jetzt losziehen. Ich finde jetzt den neuen Bereich oben hinter der Brücke, wo früher der Damm war, natürlich wahnsinnig interessant, aber ich muss aber noch, ich habe noch nicht viel gespielt auf der neuen Karte, von daher weiß ich nicht. Loadout, ich glaube, ich bleibe jetzt mit meiner A-Max. Zweitwaffen muss ich nochmal überlegen, ich hatte jetzt natürlich, das Matter war ja für Fahr, Mac-10 hatte ich auch zeitlang, jetzt gibt es ja viele Waffen, die echt wirklich so im SMG oder so im Nahbereich wirklich gut sind. Ich wollte mir vielleicht die Pharah mal hochziehen, die Psykov, wo sie ja dann doch relativ genervt haben. Ich muss mal gucken, vielleicht gehe ich auch ganz old, ich glaube, mal am alten MP7 noch ein bisschen los, mal gucken. die Trips, ich hoffe, die wird es geben, sobald wieder das wieder möglich ist. Mittlerweile, ich hatte ja die Follower, hatte ich ja früher auch schon, ich meine, bei Twitter und so, bei Facebook habe ich ja über 10.000, 18.000 glaube ich sogar auf Facebook, also, naja, daran hast du ja auch immer früher von gelebt und also der Martin, Michael, sorry, Michael, der das jetzt übernommen hat, die Planung und so, der ist heiß, der steht quer bei Fuß, sobald wahrscheinlich irgendwie wir durchgeimpft sind, hoffentlich, und die Amis sagen, ja, lass ruhig die Europäer wieder rein, da steht er wahrscheinlich bei mir vor der Tür und sagt, wie sieht es aus, wollen wir das nicht nochmal durchziehen und wenn ich dann auch geimpft bin, dann könnte er gar nicht gucken, so schnell bin ich im Flieger. KS-FCB, habe ich glaube ich auch nicht gesagt, Dankeschön. Hey Sonja, der Janiskeler, genau, genau. ich habe 5% drüber gesprochen, das ist ein bisschen auf tünnernden Füßen, glaube ich, die Wizards, das ist ganz, ganz schwierig, aber ihr habt es gesehen, haben den relativ, danke Nikon, einen relativ leichten Spielplan jetzt zum Schluss, zumindest leichter als die Bulls, aber darüber hinaus, nein, das sehe ich einfach nichts, sie dürfen nicht vergessen, dass die, ich meine, sie haben jetzt dann zuletzt sogar Top 10 Defensive gespielt im April, aber eben gegen Mannschaften, die einfach auch voll unten drin stehen. Ich sehe einfach bei Washington nicht, wie das funktionieren soll in der Serie, wo man davon ausgehen muss, okay, da sind auch mal jetzt Teams dabei, die einfach sich die angucken und sagen, okay, Moment mal, also du spielst hier mit Alex Lenn und Robin Lopez, die können beide nicht von draußen werfen, du spielst hier mit Raul Neto, Westbrook und Biel, also, ihr könnt euch auch so wen von denen wir attackieren, so aus Switches raus und so, also das ist, da fehlt mir einfach die Qualität und auch wenn ich eben gesagt habe, natürlich, dass Stars in der NBA so viel ausmachen wie in keinem anderen Sport, das ist auch so, aber das ist dann bei Washington einfach ein bisschen zu wenig. Ach so, die Superstar Teams war das Film mit der Frage. Die Superstar Teams waren es aber auch immer. Ich meine, das war ja damals, ich habe damals immer so eine lange Brandrede gehalten gegen die Kritik an Kevin Durants Entscheidung und diesen Pseudo-Gerede über Superteams, weil Superteams hatten wir immer in der NBA. Ich meine, wenn wir uns gucken, was die Lakers und Celtics in den 80ern an den Start gebracht haben, was die Sixers Schmiddy, danke, dass du hier das Host ist, was die Sixers für ein Superteam hatten, wo Moses Malone dazukommt, der erst noch zu Dr. J, Morris Cheeks und Co. Also ein MVP da quasi addiert wird zu einem Team, was ja vorher schon echt Titelfavorit war. Das war in den 80ern auch schon so und in den 90ern war es vielleicht ein bisschen anders, aber das lag für meine Begriffe auch daran, dass da wir hatten nicht diese Breite an richtig geilen Superstars. Das verklärt man ein bisschen aus heutiger Sicht. Nils, danke. Und selbst da muss man ja sagen, also überlegt, ich meine, es waren Jordan und Pippen zusammen, King Rodman dazu, Trink Kukoc dazu, das größte Zellende aus Europa zu der Zeit. Das ist auch jetzt nicht so schlecht. Danach bilden sich auch, wenn es ein älteres Team ist, bilden sich auch dann in Houston dieses Superteam, Elijah Wall mit Pippen, mit Drexler, mit Barkley. Also das sind schon Sachen, das kann man vielleicht nicht alles eins zu eins vergleichen, weil es auch andere finanzielle Rahmenbedingungen gab und damit meine ich so Regeln in der Free Agency, Salary Cap mäßig, aber wie gesagt, es gab eigentlich schon immer, 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 immer Superteams in der NBA. Ich meine, die Celtics haben in den 60ern oder gab es da nur sechs bis acht Teams in der Liga, aber da haben die elf Meisterschaften gewonnen, weiß ich, fünf, sechs am Stück, wenn ich mir jetzt ganz falsch liege und die hatten stellenweise einfach eine komplett Hall of Fame auf dem Feld. Also es ist immer schwierig. Also ich will einfach, dass es geilen Basketball gibt. Ob das jetzt fünf Allstars sind oder zwei Superstars und drei Rollenspieler, ist mir eigentlich total egal. Ich will einfach geilen, richtig geilen, intelligenten Basketball sehen. Ob ich Marcellus grüßen kann? Bestimmt. Hallo. Du hältst als NBA-Profi einen Signature-Schuh, den mit Under Arm oder Puma? Ach, da könnte ich wieder eine lange Abhandlung machen, wie oft ich in Under Arm Stores war in den letzten Jahren und dachte, ich kaufe mir hier was. Die neuen Curries finde ich ganz cool, aber ich denke immer, dass es keine guten Schuhe zum Rumlaufen sind und bis auf die paar Mal, die ich in der Woche auf meinen Court hier hinterm Haus gehe, da brauche ich keine Basketball-Schuhe in dem Sinne. Es müssen welche Leute sein, mit denen man rumlaufen kann. Aber ich habe bei Under Arm nie was Geiles gefunden. Puma, muss ich sagen, da gibt es natürlich ein paar ganz geile Oldschool-Modelle. Ich finde auch vom Look her, die neuen, die sie jetzt haben, echt ganz geil, weil sie sich einfach sehr an das Alte anlehnen. Ich habe mir auch letztens hier im Outlet in Wolfsburg, vor der Pandemie oder es war zwischendurch, als mal die Läden offen waren, habe ich mir ein paar Ralf Sampsons geholt, in schwarz, die fand ich eigentlich ganz gut. Aber wenn dann, würde ich mir sagen, schneid mir so ein paar alte Dinger zusammen, so im Stil von den Ralf Sampsons, im Stil von den Kleids, und dann kommen wir sicherlich zusammen. Ich bin halt auch Oldschool. Ist es schwer, ein Visa, nein, du brauchst kein Visa, wenn du in die USA willst. Als Deutscher gibt es eine Visa-Waiver-Geschichte, du musst die einfach nur online, bei Esther heißt das, registrieren vorher, dann gucken die, ob du in der Terrorliste stehst, wenn du das nicht tust, dann kriegst du auch gesagt, ja, Einreise genehmigt, das gilt dann für zwei Jahre und dann kannst du ganz normal einreisen, dann musst du deinen Pass mitnehmen. Also wenn du Deutscher bist, wenn du natürlich andere Nationalitäten bist, dann muss man nachschauen. Wie geht's? Man merkt es, glaube ich, heute ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig gerade alles. Wie gesagt, Bereichen, denen wird es auch zwei gute Wochen, da müssen aber auch gute Wochen dazukommen, weil sonst, glaube ich, machen das die Bulls und der Spielplan, wie gesagt, ist für sie freundlicher, von daher, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Wen siehst du in den Finals? Da müssen wir drüber reden, wenn wir wissen, wie so die Matchups sind in Runde eins. Vorher, glaube ich, macht das relativ wenig Sinn. Sehe ich Potenzial im Bory Portis Defense? Ja, natürlich. Aber auch, glaube ich, bei vielen Spielern, vielleicht sieht man sogar bei allen Spielern Potenzial in der Defense, die jetzt nicht unbedingt absolut die Top-Leute sind. Warum? Ich glaube, viele verwechseln die Defense immer so mit, boah, jetzt aber hier quiveren und Arme runter, Arsch runter. Das ist natürlich ein Punkt, auf der, wenn man in der NBA mal schaut, wie viele machen das eigentlich? Bis auf Patrick Beverly und ab und zu mal Marco Smart. Eben wirklich niemand macht das, weil es nicht zielführend ist. Aggressivität ist natürlich gut, auch gewisse physische Attribute sind gut, aber das ist die eine Sache, die das unterschätzteste ist, wahrscheinlich überhaupt im Mannschaftssport. Wo ich auch sagen muss, dass ich selber früher als Spieler das lange gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, naja, das ist ja selbstverständlich. Aber eben zu verstehen, wann ich wo stehen muss, Sachen vorauszuhahnen, Sachen zu lesen und dadurch schneller zu werden. Und was meine ich damit? Ich kann ja in der Defense sehen, okay, da hinten auf dem anderen Flügel, ich glaube, der schlägt gleich unseren Mitspieler. Ich glaube, ich muss gleich mal in die Richtung gehen. Und dann schlägt er ihn aber schon und ich weiß, ich muss da hin, aber ich bin halt zwei Schritte zu spät. Ich habe das für alles richtig gemacht, aber eben eine halbe Sekunde zu spät. Versus, ich glaube, er schlägt den gleich. Und ich glaube nicht, wenn wir jetzt von NBA reden, dass er das erst in drei Sekunden tut. ich glaube, wenn ich jetzt schon einen Schritt in die Richtung gehe, dann passe ich ihn genau ab und es gibt keine Illegal Defense, weil ich zu lange in der Zone rumlungere oder es ist nicht so, dass er jetzt guckt, guckt, guckt und wenn ich wieder raus muss, er zum Korb zieht. Und dieses Verständnis, dieses Erkennen und Sehen, Spielintelligenz, deswegen ist mir das auch immer so wichtig, das kann so ziemlich jeder verbessern. Und Bobby Portis auf jeden Fall, weil das sicherlich kein Verteidiger ist, wo man sagen müsste, ja gut, das ist der schon so weit vorne, da kann man nur noch Nuancen verbessern. Von daher, ja, ich sehe Portis aber eben. Bitte, bitte, bitte. Und noch eine X-Faktor-Frage. Simmons ist kein X-Faktor, Simmons ist einer von der zwei besten Spieler. Jetzt kann man argumentieren, ob es Tobias Harris und Joel Embiid sind oder Tobias Harris und, ne, Tobias Harris nicht, oder Ben Simmons und Joel Embiid. Ich werde immer noch Simmons dann den Vortritt geben, weil er einfach vielfältiger ist. Aber das ist einer der drei besten Spieler, Punkt. Das ist einer der zwei besten Verteidiger, das ist einer, der im Defensive Player of the Year mit verteidigt und der ist der Mann, der den Ball erhnt hat und in der Regel auch viel verteilt. Das ist kein X-Faktor. Ein X-Faktor ist Shaq Milton. Shaq Milton, der kann, wenn er auch mal heiß läuft, Räume öffnen, die vielleicht vorher nicht geöffnet wurden, das kann halt nochmal was ändern. Simmons hat seine Rolle, die er spielen muss. Simmons ist natürlich ein besonderer Art Spieler und man auch wissen muss, ich kann den jetzt als Doc Rivers nicht überall einfach hinsetzen, guten Wissen und sagen, ja, bleib mal da stehen und dann passt das schon, sondern dann stellt er dir das Spacing zu, andere Leute haben weniger Räume. Das muss man auch ganz klar sagen, natürlich. Aber X-Faktor ist er nicht. Er ist einer der ganz klaren Leistungsträger. Er muss seine Leistung bringen, damit die gewinnen. Und ich glaube nicht, dass er so mega durchdreht. Ich habe es schon mal gesagt, also X-Faktor ist eigentlich mal einer, der die Erwartungen an ihn überperformt. Und das glaube ich, werden wir nicht sehen, weil die Erwartungen an ihn hoch sind. Ich glaube nicht, dass er das total im Grunde und Boden spielt. Wie weit der das schafft, Playoffs auf jeden Fall, aber wie gesagt, Matchups und so, da reden wir drüber. Wenn es soweit ist, Holiday, super gut, super guter Typ. Man vergisst immer, wie robust er als Gart ist, wie groß der auch ist. Und man sieht ihn oft dann neben anderen kleineren Garts und denkt so, krass, Drew Holiday, ja klar. Die Bucks müssen sich keine Gedanken mehr machen um gegnerische Garts, dass sie so mega Amok laufen gegen die, wie es vielleicht in der Vergangenheit meiner Fall war. Ich finde ihn super. Er weiß genau, wann er sich zurücknehmen muss. Das ist ein richtig guter Typ. Misches, ja, schöne Grüße, Misches. Wird man als Turner dann nach Offensiv mal irgendwann so gut wie Defensiv? Nein, 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 nein. Ich glaube, das können wir vergessen. Der Wurf, okay, der kann sicherlich nochmal auf Niveau kommen, wo er schon mal war. Und die Fußarbeit ist auch so ein bisschen besser geworden. Aber da ist einfach so viel, so viel, so viel im Argen. Und da ist so viel verpasst worden in der Ausbildung. Und das Ding ist einfach, wenn du ein Big Man bist und du lernst da gewisse Sachen früh halt nicht, dann wird es halt schwer. Ich meine, er ist erst 25. Von daher würde ich nicht ganz in Abrede stellen, dass da noch was kommt. Aber das wird davon ausgehen, dass der auf einmal, ich meine dieses Jahr, ich gucke es mal nebenbei nach, genau, dieses Jahr hat er, aber wir können es mal gucken, weil das ganz interessant ist. So, wir sehen jetzt hier mal, da sehen wir es, dass er die ersten Jahre jetzt hier in der NBA, das sind ja auch schon ein paar, aber wir sehen hier, es ist nicht nach vorne gegangen. Also wir sehen, die Wurfquote ist eher rückläufig gewesen. Die Dreierquote, hier war das High, ist immer so mittelmäßig. und die Punkte, ich muss die Kopfseite legen, ja, da auch eigentlich immer das Gleiche, das Beste ja war halt hier. So, jetzt kann man sagen, aber gut, das sind ja nicht auf 36 Minuten gerechnet. Was sieht es denn damit aus? Ja, da sind wir hier und wir sehen jetzt hier die Wurf, also die Häufigkeit, die Wurfversuche pro Spiel sind relativ gleich geblieben hier und dann jetzt seit zwei Jahren geht es runter. Noch verschiedene Trainer hier, muss man auch dazu sagen. Dreierquote ist natürlich gleich, wir sehen, die Zweierquote ist extrem gestiegen hier in diesem Jahr jetzt um 6%. Das können wir alles vernachlässigen, die Punkte. Und wir sehen auch hier, es hat sich eigentlich zumindest positiv nichts getan. Offensiv Rating ist eigentlich auch immer alles ein bisschen die gleiche Suppe. True Shooting, warum was denn? Also True Shooting ist halt so, eigentlich müssen wir effektive Fertigaufquote gucken. Da sehen wir es dieses Jahr auch besser, aber es liegt vor allem daran, weil im Zweierbereich es halt so viel besser jetzt läuft. Er hat einfach, wie gesagt, eine Katastrophe als Fußarbeit lange gehabt, so Post-Moves sind da eh nicht zu sehen. Ist dieser Typ, der aus dem Dribble irgendwas machen kann, Pick and Pop, das kann man vielleicht noch mal erwarten irgendwann, aber ich sehe es bei ihm einfach nicht. Ich finde, in einer Art und Weise ist er defensiv beweglicher als offensiv und das wird schon was heißen, das nicht so leicht hinzubekommen. Handshacking. Das hätte ich vielleicht erklärt. Früher war es erlaubt, also wenn es jetzt, kein Ahnung, mein Gegner steht da vor mir und er hat den Ball. Ich konnte eigentlich immer nur die Hand so, das Mikro muss hier, konnte die Hand an die Hüfte legen oder ich konnte den Ellenbogen oder den unteren Unterarm an die Hüfte legen und konnte ihm somit gewisserweise daran hindern, einen geraden Weg zum Korb zu ziehen. Also wenn ihr Druck bekommen habt als Dribbler, dann musstet ihr immer um diesen Druck so ein bisschen rum. Ist ja auch klar, wenn hier einer steht mit der Hand, der dribbelt da rein, der geleitet euch zur Seite. Die durfte man nicht stoßen oder so, aber man durfte die Hand halt rein haben. Das ist Handshacking. Also ich checke ihn, check, also checking, check him, sagt man ja auf Englisch auch, also deck ihn, Handshacking, ich decke ihn mit der Hand. So, das hat man Anfang der 2000er hat man das dann, sagen wir mal, die Regeln neu ausgelegt, auch ein bisschen umgeschrieben, glaube ich, wie ich mich richtig erinnere und das war einfach mal nicht mehr drin. So, deshalb so viele von den Bildern, die man aus den 90ern, es gibt ein berühmtes Bild, wie Jordan da steht und ich glaube, was ist denn, ich glaube, Dumars, die Hand so auflegt und Jordan so runterguckt. Heute gar nicht mehr möglich, sobald er losdreht, ist das eigentlich ein Foul. Und das hat der Offensive halt einen riesen Vorteil gegeben, sodass man da halt aus dem Drive natürlich viel besser scoren kann und eben auch da mit dem Drive mehr Hilfe kommen muss, etc. Ich finde Harden sehr gut zum Spielen und mit den Karten, kann man auch auf jeden Fall ein bisschen kaufen. Ich finde Hardens, ach so, die Schuhe, habe ich noch nie angehabt, ehrlich gesagt. Da kann ich gar nichts zu sagen. Ich fand die Sagen immer so mega krass aus. Da war mir zu bunt. Wie sind eure Next Strips immer abgelaufen? Habt ihr eine Tour für ein, zwei Spiele angeboten und dann auf schnell zum Wege hin und zurück? Nö, 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 nö. Also in Dallas letzten Jahre waren es immer so, Dallas war lange, das war echt immer lange, wo ich mir auch dachte, Alter, ich bin jetzt schon zehnte Jahr in Folge in Dallas. Was mache ich eigentlich zehn Tage in Dallas? Weil, also gut, für mich ist es so, ich bin ja da meistens normal am Arbeiten plus die Termine, die ich dann so mache. Aber man will natürlich nicht auch jetzt, wenn man in Dallas ist, einmal im Jahr zehn Tage im Hotel abhängen die ganze Zeit. Sprich, man hat da schon sich auch so ein paar andere Sachen angeguckt, meistens einen Mietwagen ein paar Tage genommen. Das Coole ist, in dem Hotel, wo wir immer waren, was quasi einmal so schräg über so einen kleinen Hügel ist, das heißt kleine Hügel, das geht da quasi so eine kleine Treppe hoch hinter so einem Parkhaus, direkt im American Airlines Center, da kommt der, heißt der nicht sogar, Mavericks Park, da ist quasi ein Spielplatz mit einem Freiplatz und einem Baseballfeld und dann über die Straße ist schon noch das Hotel gewesen. Und das war halt ganz geil, weil da haben die Jungs ab und zu mal auch gezockt, man konnte halt chillig da auch draußen ein bisschen abhängen, das war echt, echt immer geil und dann gab es natürlich auch ab und zu die Trips, wenn dann klar war, okay, heute spielen die Mavs nicht, aber heute spielen die Thunder, alle in den Bus, mittags um zwei, alle im Bus, wir fahren die drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, glaube ich im Endeffekt, nach Oklahoma City, aber jetzt haben wir noch drei Stunden, bis das Spiel anfängt, komm, wir gehen mal Bricktown, das ist halt so ein Restaurant, Kneipenviertel da, direkt vor der Halle, gucken, was da ein bisschen abgeht und wir fahren, wie gesagt, nach Houston, ach komm, wir gehen nochmal da hier in den Nike Clearance Store, gucken uns das Spiel an, fahren wieder zurück und am nächsten Tag pennst du halt aus. So, von daher, das waren immer so, ja, das waren immer so zehn Tage, New York war meistens so eine Woche, L.A. auch immer meistens so eine Woche zehn Tage, stellenweise hatten wir auch so Sachen drin mit L.A., was weiß ich, fünf, sechs Tage und dann nach San Francisco, da ein paar Tage, wir hatten auch schon drin New York zu Beginn und dann runter nach Miami oder diese Hardcore-Trips waren halt dann wirklich stellenweise quer durchs Land. Einmal hatten wir auch Hardcore-Trip East Coast eine Woche und dann bin ich mit zwei Leuten hier, mit Kiki und mit Ivan Beslich, ich glaube Tony Horn, glaube ich auch, dann sind wir alle rüber geflogen an die Westküste nach L.A., haben da noch mal eine Woche gemacht, also das ist schon so, dass man auch genug Zeit hat, sich was anzugucken. Es gab auch manchmal auch kürzere Trips, aber die meisten so eine Woche zehn Tage. Was sie gekostet haben? Unterschiedlich, je nachdem, wo es halt hinging, wie teuer die Karten auch sind. In der Regel kann man sich dann auch Tickets selber auch, man kann auch sagen, ich möchte bessere Tickets haben, wird es natürlich entsprechend teurer. Das war eigentlich mal alles möglich. Und dann so würde ich sagen, ja so 2000, je nachdem, auch wenn man Einzelzimmer möchte, wird es teurer und sowas kommt immer darauf an, wie gesagt. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie es jetzt dann ist nach der Pandemie, ob es dann teurer wird oder billiger. schönste, angenehmste Stadt in den Staaten. Schön, schön, also LA ist einfach nicht schön, das muss man ganz klar sagen. Schönste Stadt in den Staaten. Es ist schon zu lange her, dass ich in Seattle war, aber das war, glaube ich, ziemlich geil. Ansonsten schön. Boston finde ich schön, Miami finde ich schön, weil es auch so chillig ist und das Wetter ist halt geil. New York finde ich schön, weil einfach, wenn man da keine Termine hat und der ganze Stress an einem vorbeiläuft, das hat auch echt, hat auch was für sich. Angenehm. Angenehm würde ich wahrscheinlich Miami, weil das ist Urlaub, aber gleichzeitig bis zu den USA, das passt schon. Ob ich schon genug von Jeanne Tate gesehen habe? Ne, ich habe einiges gelesen auch schon darüber und ein paar Zahlen gesehen. Ich bin auch intrigued, wie Amerikaner sagen, aber ich muss einfach noch mehr von der Arbeit von Herrn Tate sehen. Und genau, es sind dann halt Flughotel, Tickets sind dabei, Transfers überall hin. Man muss eigentlich, Frühstück war auch immer dabei. Ja, Frühstück war dabei in der Regel, welches Hotel man halt dann ist. Und ja, dann geht es ab. Wie viel Geld? Ja, kam ein bisschen darauf an, ob es dann, stellenweise habe ich mir dann gesagt, meine iPads drüben geholt oder auch den iPhone, damals allererst, habe ich mir auch drüben gezogen. Aber ansonsten geht es eigentlich. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr, wie gesagt, wenn ich dann drei, vier Mal, im Jahr drüben war damit, dann hat man auch jetzt nicht in jedem Trip einen Tau sie da gelassen, irgendwie für irgendwelche, für Merchandise oder so. Brauchen die Bucks noch einen besseren Shooter? Ne, ich glaube, da haben sie eigentlich genug. Was sie brauchen, ist so ein bisschen mehr Offensive, die mit mehr als einem Pass arbeitet, das würde ich sagen. San Francisco ist eine schöne Stadt, allerdings muss ich sagen, jetzt, ich war ja dann durch die Warriors Finals sehr, sehr oft da, ist halt eine brutal teure Stadt geworden. Ich war auch vor Ewigkeit 2000 Mal da, 2001. Da fand ich es viel sympathischer, weil es dann noch ein bisschen abgefuckter und alternativer war. Mittlerweile ist es dann natürlich viel vom Silicon Valley da hoch und ist super teuer. Die ganzen, ich sage mal, die ganzen Hippie-Sites sind immer noch am Start, die sind natürlich nicht mehr am Start, weil die können sich nicht mehr leisten, da zu leben. Also es ist schon ein bisschen anders geworden, aber es ist super relaxed, geil. Ich kann auch jedenfalls, ich bin normalerweise nie so ein Touri-Typ, aber Alcatraz gesehen, total geil, war voll geflasht, das macht schon echt, macht schon Spaß. Welche NBA-Halle? Ja, Madison Square Garden finde ich super, seitdem sie renoviert haben. Wenn da ein bisschen was abgeht, dann rockt das sofort. Wie soll ich sagen, Dallas war natürlich bei den Finals unglaublich geil. So eine coole Architektur, auch die Halle. Ich bin aufs neue Chase Center gespannt, wann ich da mal hinkomme, wie das aussieht. Staples Center ist immer wieder geil, weil es irgendwie auch so, da dieses L.A. live, dieser Downtown-Bereich, der früher total tot war. Früher war da wirklich nur ein Parkplatz, mittlerweile ist es ja, mittlerweile ist es ja echt alles so Entertainment-Bereich und Hotels und alles echt viel, viel geiler. Boston ist nicht so viel los zum Rum, weil gegenüber dieses Kneippviertel, das war ganz schön. Chicago ist zu weit draußen, das ist nicht so geil. Aber ich würde schon sagen, also Staples und Madison Square Garden. Miami ist okay, aber Miami ist halt auch Downtown, wo eigentlich nicht viel los ist, wenn man ehrlich ist. Von daher, ja. Kuhglocken, ich war noch nie bei den Kings. Es gibt nicht viele Hallen, wo ich noch nicht war, aber die Kings in einer Halle, von daher am Fernsehschirm ist mir das eigentlich ziemlich egal, was da klingelt. Aber klar, Fans fehlen einem natürlich. Warriors, ich finde, ich habe schon erwähnt, Playoffs sicherlich, wenn Toms mehr recht dabei ist, ansonsten wird es wahrscheinlich ähnlich wie dieses Jahr. So, letzte Frage, oder? Erzähl bitte, wie du an deine Tickets im Hintergrund gekommen bist. Trikots, ach Trikots. Eine geile Background-Story. Nö, eigentlich gibt es keine geile Background-Story. Hier, Larry habe ich mir, muss ich überlegen, doch, auf Ebay gekauft. Ganz profan. Chris Mullen habe ich mir auch auf Ebay gekauft. MJ habe ich mir auch bei Nike bestellt. Und, das Nowitzki-Ding, es gab so eine Aktion, als Dirk dann in die Rente gegangen ist, von einem Streaming-Anbieter, wo ich arbeite, und da hatten die uns allen so Jolls geschickt, wo dieses All-for-one-Font drauf war, also wo D und S und A halt abgeklebt war oder blau war. Und dann All-for-one. Da habe ich das halt aufgehängt. Also da ist wirklich, da sind keine Storys hinter. Ich habe hier, ich gucke, ob ich das finde. Ein Jersey ist wirklich eine Story. Ja. Oh, jetzt geht es ja kaputt alles. Also das ist das Jersey, das eine Story hat. Aber man kann das, man kann das glaube ich sehen. Das ist halt Mullen, man kann sich wirklich sehen, aber so unterschrieben von Chris Mullen. Aber A ist dieser beknackte Rahmen, den ich dafür gekauft habe, über die Jahre komplett verzogen. Also ich kriege den noch nicht mehr in die Wand. Und diese blöde, also das ist erst verzogen, dann habe ich hinten ein neues Ding hinten reingehauen. Und das hat dann nicht verzogen, aber es ist nicht magnetisch. Deswegen hält das Trick oder auch nicht. Und die Story zu dem Ding ist halt, dass es eigentlich nicht erlaubt, dass man sich Autogramme holt. Ich glaube, es ist mittlerweile auch verjährt, von daher kann ich es jetzt erzählen. Und ich in Oakland war mit einem Kollegen, wir sind hin. Ich dachte, wenn ich jetzt ein Interview mache mit dem, dann hört er halt auch so aus. Ja, bevor er in Rente gegangen ist, Chris Mullen ist ja mein großes Idol gewesen. Und dann sagt die, ja klar, natürlich Interview, können wir machen, nach dem Training. Chris Mullen hat Zeit, kommen wir einfach in die Kabine, in der Trainingsanlage und dann macht ihr das. Wo ich dachte, warum hat das so, weil es normal, geht das halt gar nicht. Du kannst normalerweise nicht in die Kabine gehen, in der Trainingsanlage. Das ist so eine Off-Limits. Das waren so auch in den letzten beiden Saisonwochen, wo man das glaube ich von dem Player aufs Rudi nicht dabei war. Und dann ging das halt klar. So, dann habe ich da halt rein und ich habe mir dieses Trikot halt gekauft. Also ich habe es mir schicken lassen dann so vom offiziellen NBA-Store. Das ist auch ein Authentic-Ding. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon so. Naja, und dann habe ich irgendwie so zwischen Tür und Angeln, weil einem auch keiner von den PR-Dudes dabei war. Sonst ist es immer daneben so, selbst vor meinen Interviews mit Dirk, war immer die, damals die Sarah, die halt PR damals noch gemacht hat für die Maths, die saß immer da und ich so, Sarah, du kannst doch gar kein Deutsch. Also ich meine, du sitzt da ja halt anderthalb Stunden und also ich so, ich bin auch jetzt schon seit zehn Jahren hier. Dirk kennt mich doch. Also es wären natürlich auch keine Handgreiflichkeiten, aber die saß immer da. Also tapfer. Kein Wohlverstanden, wirklich tapfer. Naja, und da war aber keiner dabei. Dann mache ich am Ende so, ja hier, Mensch, danke, bla bla bla. Wir haben so eine Verlosung im Heft. So, ich habe hier ein Trikot dabei, könntest du unterschreiben? Also ja, natürlich, das hast du gleich fragen können. Ich so, what? Hat es unterschrieben? Und das war halt bis dato der schönste Tag in meinem Leben. Und ich so, ja Mann, ist das geil. Sonst mache ich mir da echt gar nichts draus. Aber in dem Fall war es etwas ganz anderes. Und dann werde ich nie vergessen, dass ich bin dann nach Hause geflogen. Mein Kollege dann aus Frankfurt nach Köln und ich nach Wolfsburg. Ich habe so auch der Zeitpunkt in Köln gelebt. Nee, Quatsch, sorry, in der Zeitpunkt habe ich in London gelebt, genau. Also ich bin nach, wir sind beide nach Frankfurt geflogen, ich bin nach Hause noch ein paar Tage, vor ich in London bin, zum Arbeiten wieder. Und ich weiß, wie es ankam, zu Tage Jetlag, der auch nicht gepennt, natürlich dann im Flug nicht und dann im Zug auch nicht. Und dass ich dann abends echt so um sechs Uhr zusammengebrochen bin, hatte noch meinen Koffer noch bei mir oben im Kinderzimmer, dann bin ich einfach offen gelassen. Und am nächsten Morgen, mein Vater hat mich natürlich weckt um halb acht, weil mein Vater halt mein Vater ist. Und ich so, Alter, und der hat so eine Klinge bei mir im Kinderzimmer, ne, also und ich so, oh. Okay, aber dann noch gepennt, bin aufgestanden und bin dann so in den Boxershorts so an meinem Koffer vorbeigeschlurft und da lag eigentlich das Trikot oben drauf und schlurft vorbei und sehe halt, dass es da nicht mehr liegt und sehe halt auch, dass einige von den Klamotten da nicht mehr liegen und weiß halt sofort, was passiert ist und renn halt runter an meinem Vater vorbei, er konzentriert mich anguckt, meiner Mutter, ich reiß die Tür auf bei uns so zum Hof, renn zur Waschküche, reiß die Waschküche auf und seh nur so, wie das Trikot sich in der Waschmaschine halt dreht und dreht und dreht und dreht und dreht und ihr wisst gar nicht, wie oft ich mich gefragt habe dann in den nächsten fünf Minuten, war das ein wasserlöslicher Stift, war das ein wasserfester Stift, was war das für ein Stift, der Stift, der lag da rum, was war das für einer, aber ihr habt es gesehen, es war ein wasserfester Sharpie, nennen die das ja und deshalb ist das Autogramm auch da drauf, ich habe mich von meiner Familie nicht losgesagt und bin ins Kloster gezogen, sondern wir haben bis heute noch Kontakt und das ist vielleicht dann auch die schöne gute Nachtgeschichte heute für euch an dieser Stelle, das Trikot ist noch da, ich muss nur mal jetzt mal anständig Platz finden, wo ich es hinhängen kann, das muss auch immer sein, obwohl es das hässlichste Warrior's Mullin Trikot ist, was es gibt vom Design her, aber das Schönste für mich natürlich, weil er unterschrieben hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, heute auch wieder, oh, übt fast drei Stunden, aber mit kurzen Aussetzer, von daher, das muss man doch verstehen dann auch, falls ihr nicht abonniert habt oder noch nicht folgt und jetzt sagt, ja, weil das jetzt, jetzt spätestens jetzt sage ich, mache ich, mache das gerne noch, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren im Chat, alle, die, die supported haben mit, mit Abos, mit, mit Follows, überhaupt alle, die ihr meinen Content konsumiert, macht unglaublich viel Spaß und jetzt kann ich es nochmal sagen, morgen geht es schon weiter mit dem Weinkeller, Landwehr und ich, eine Kategorie kann ich schon mal verraten, morgen geht es, Felix, danke fürs Folgen, morgen geht es zum einen um Teammates, die mega abgeräumt haben, zusammen, könnt gerne auch diversen sozialen Kanälen Vorschläge machen, die ihr da gerne sehen würdet, morgen, Jan, the goat, morgen, 19 Uhr an dieser Stelle wieder, der Weinkeller mit Landwehr und ich, wie gesagt, ein Thema ist auf jeden Fall Teammates, die abgeräumt haben und, ja, mal schauen, ob wir uns da wieder sehen, ansonsten Podcast gibt es auch die Woche natürlich, all die guten Sachen, bis dann, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.